Es ist sooo heiß. Claudio Castagnoli spricht ab jetzt nur nach Schwitzerdeutsch. Es ist sooo heiß. Toni Storm wird immer mehr zur Diva. Vielleicht sollte sie einfach mal einen Snickers trinken. Es ist sooo heiß. Selbst Jack Perry bekommt so langsam ein Lied. Wir haben AW Dynamite für euch geschaut, denn übrigens Freunde, wenn ihr es nicht mitgekriegt habt, in zwei Wochen ist schon wieder Stadion. Neue Woche. Neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Donnerstag, 7. September 2023. Gehört und seht den Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und wir beschäftigen uns mit dem Fallout von All Out. Jedes Jahr ein toller Reim, so muss das sein. Also kommt herein. Das ist ganz fantastisch. Bei mir also hier, da ist ein Mann, der alles kann, denn läuft mir eine Lause über die Leber. Denk ich zuhause an AE Weber. Hallo Marcel. Das war aber nicht nett von dir. Die Lause will ich übrigens sehen. Ja hallo und herzlich willkommen hier. Wir sind wieder bei Dynamite unterwegs. Es ist wirklich warm im Moment. Wir sagen es dann ja einfach so. Es ist ja Sommer ist wieder da. Wo kommt der denn auf einmal her? Hochsommer heißt das offiziell. Hochsommer ist wieder da. Ich habe damit eigentlich schon abgeschlossen, Marcel. Aber wir müssen da jetzt. Eigentlich war es schon vorbei, ne? Ja, eigentlich war es schon vorbei. Aber wir müssen jetzt durch. Wir werden euch in dieser Review Hitze, Kälte, Wallung bringen. Das ist natürlich garantiert. Hast du denn All Out schon verdaut? Ein Pay-Per-View, der, wie TJ und ich fanden, ja wirklich richtig, richtig gut war. Ich habe All Out verdaut. Ich habe es natürlich geguckt. Ja, er war richtig gut. Ich würde nicht sagen, richtig, richtig gut. Also angesichts der Umstände. Man muss das ja immer im Kontext sehen. Haben wir letzte Woche gelernt. War der richtig, richtig gut, weil die haben mehr daraus gemacht, als ich erwartet hätte. Aber für den Pay-Per-View selber war es nur richtig gut, ne? Was war der My Match of the Night? Ich habe es mir auch geschrieben. Brian Dennison, selbstverständlich gegen Ricky Starks. Das fand ich am besten, definitiv. Main Event war auch gut. Erstaunlich gut. John Moxley, Glückwunsch, ne? Orish Kassidy. Müssen wir gleich mal gucken, wie es weitergeht. Mein Moment der Nacht war natürlich Lana. Das ist ja klar, die ja nicht Lana heißt oder wie auch immer, ne? Weil erst mal, ihr Mann wird ja gerade erwürt. schiebt dann fast und sie kommt erst mal raus und macht erst mal eine Angels und postet dann da. Okay. Aber was danach passiert ist, fand ich sehr spannend mit der Lana. Wo dann der Miro gesagt hat, ne, will ich gar nicht. Das war, das war ein interessantes Storytelling. Dennis Rodman war dabei. Das gibt schon mal einen Stern mehr. Das ist natürlich klar. Und, was haben wir noch für Matches? Zu den anderen habe ich, glaube ich, nichts zu sagen. Omega gegen Takeshita hat mir auch gut gefallen. Also alles in allem war das schon sehr so wie der Paper-View. Miro gegen Hobbs, der Fleisch-Catch. Erstaunlich gut. Erstaunlich gut. Stimmt, hätte ich auch nicht gedacht. Normalerweise hätte ich das geskippt, aber habe ich am Ende tatsächlich gehalten. Also der Paper-View für das, was er war, war richtig gut. Also das ist nochmal so meine Einschätzung. Kann man so machen. Ich hätte mir mehr erwartet, allein von den Storylines her, selbstverständlich. Aber naja, das haben wir letzte Woche kritisiert. Jetzt habe ich die Show geguckt und für gut befunden. Also unsere Fleisch-Clop-Skala ist ja richtig aus der Schüssel gesprungen am Wochenende. Deswegen, wir haben uns da sehr gefreut. Das war gut. Das war sehr schön. Ja, und sehr schön war es auch für einen Menschen, der das Tippspiel gewonnen hat. Tippspiel.spotfight.de Als Tagessieger dürft ihr ja eine Nachricht ans Podcast-Team eurer Wahl schicken. Und es wird ja, on-air vorgelesen, Marcel. Und du hast heute die Ehre, feierlich diese Nachricht zu verlesen. Denn man hat sich an dich gewendet. Bitte schön. Ja, selbstverständlich. Ich bin ja auch überall. Ich habe die Ehre, hast du gesagt. Da kann ich jetzt schon mal auflösen. Heute ist der Tag der Bierliebhaber. Es ist ja auch warm. Viel trinken, wenig bewegen. Also insofern mein Wetter. Das passt wunderbar. Es ist der Thomas. Ich habe dieses Mal wieder mitgetippt. Ich habe ja all in vergessen. Ich habe all out getippt, aber man merkt es kaum. Ich glaube sechs Punkte oder so. Ganz schlecht. Also Thomas, du hast Glückwunsch von uns allen. Hallo an die gesamte Spotfight-Crew. Ich halte mich kurz mit der Nachricht wie vom Herrn Weber gewünscht. Endlich hört mal einer auf mich. Das solltet ihr alle tun. Das ist absolut in Ordnung. Gute Länge, weil der Juliane oder wie der hieß, der hat das letzte total übertrieben. Da haben wir ein ganzes Smackdown-Review zugemacht. Danke für euren unermüdlichen Einsatz. Wrestling in Deutschland zu pushen und große Shouten alle vor und hinter den Kulissen für das krasse Penseln, was ihr fahrt mit der Menge und Vielfalt an Podcasts, News etc. Hoffe, euer Einsatz wird immer weiter belohnt und ihr knackt zum Beispiel bald die 600 Patrons. Hashtag Marcel600. Ah! Zwinker Smiley. Guck mal! Hashtag Marcel600. Nein! Oh ja! Bleib weiterhin so leidenschaftlich und engagiert bei der Sache. Gruß Thomas Neuberg. Marcel, Marcel, darf das gerne bei der Dynamit Rumble vorlesen. Haben wir gemacht. Wie viel haben wir jetzt gerade? Patreon-Supporter. Für die Rahmenbedingungen? Boah, wir waren, glaube ich, also Ende, jetzt ist ja Monatsanfang wieder gewesen. Ich glaube bei 560, jetzt bei 550. Oh, das ist so nah. Oh, oh, oh. Eigentlich müssen wir ja Kanalmitglieder zuziehen. Aber ich war doch schon, ich habe doch schon Jahre verloren. Die Mathe ist doch ab. Du hast hier Dingens, Tobi500, haben wir auch durch. Da ist doch eigentlich jetzt der Flöter dran, finde ich. Ich werde dir das mal vorschlagen. Flöter 600. Flöter 600. Ja, oder 650 vielleicht. Das ist 600, das ist ein bisschen nah, würde ich sagen. Gucken wir mal. Halt doch gerne in die Kommentare, wenn euch was einfällt. Ihr könnt auf jeden anderen, ihr könnt auch Per nehmen oder Flo oder den Maxter oder DJ oder wen ich immer vergessen habe. Torpedo habe ich vergessen. Melzig gibt es ja auch noch und alle anderen. Den Melzig bin ich mal gespannt, ob wir den demnächst sehen. Achtet mal bitte morgen am Freitag, achtet da mal bitte auf unseren Kanal. Dort gibt es fantastische, fantastische Dinge. Außerdem, natürlich ganz, 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 ganz wichtig, haben wir einen XXL-Nachschlag für euch im Gepäck. Da dürft ihr euch drauf freuen. Nächste Woche, Montag, über zwei Stunden, sind im Kasten. Für alle Supporter, egal ob Patreon oder YouTube-Kanal-Mitglieder, ihr bekommt einen Nachschlag, der sich gewaschen hat, mit Team TJT. TJT? TJT. Der Per ist dabei, der Chris Melzig ist dabei, da dürft ihr euch sehr drauf freuen. Der Nachschlag lebt und da könnt ihr wirklich, also einfach zurücklehnen, egal wie warm oder kalt das wird. Wir haben fantastische Storys aus London im Gepäck, so. Und weil Ich habe dem Per den Koffer geklaut, hat er das mittlerweile gemerkt, als ich das war. Du warst das. Du hast den Laptop reingeschmuggelt. Der Schlau-Kopf. Naja, und weil wir immer noch nicht so weit sind, weiß ich euch selbstverständlich noch auf eine andere Sache hin, und zwar unseren neuen Merchandise-Shop. So sieht das aus. Richtig, wir haben ab sofort einen neuen Merch-Shop und ihr müsst gar nicht viel machen. Eigentlich, wenn ihr auf YouTube seid, scrollt ein bisschen runter. Unter unserem Video findet ihr schon die Produkte oder auf unserer Kanalseite, da gibt es jetzt einen kleinen Reiter, da steht Shop und da könnt ihr draufklicken und alternativ habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, einfach das über unsere Website zum Beispiel zu machen. Oder wenn ihr ganz konservativ unterwegs seid, dann gebt ihr spotfight.myspreadshop.de ein. Aber wer macht das denn schon, wenn ihr es viel leichter haben könnt? Was eigentlich wichtig ist, viele neue Designs und zum Start 20% Rabatt. Ich weiß nicht, warum, Marcel, aber nach dem ersten Tag sind die Teddys aus. Die Leute haben uns die Teddys alle weggekauft. Ja! Die Teddys sind weg. Die Teddys sind aus. 20% Rabatt. Ja, das ist doch schön. Gibt es da auch Marcel-Weber-Shirts? Ja, ne? Wenn du mir ein Design einreichst, dann kann ich dir ein Marcel-Weber-Shirt, also dann können wir ein Marcel-Weber-Shirt machen. Ja. MW. Jetzt schreibe ich auch wieder Kommentare und so. Schreibt das auch, was ihr für Designs wollt. Ansonsten male ich was. Darf ich das mit Paint malen? Wie Orange Cassidy. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Wie Orange Cassidy. Und dann darunter so ein großes Marcel-Weber. Richtig, richtig. Ja, das wäre lustig. So. Ja, das wird dann auch gekauft. Auch als Teddybär, bitte. Und damit können wir reingehen, denn das ist die perfekte Überleitung zu AEW Dynamite. Wir starten rein in die Show nach AEW All Out. Und ich habe mir aufgeschrieben, Orange Cassidy wird diese Show ja schon mal nicht eröffnen, weil der ist ja kaputt nach dem Pay-Per-View. Nein, auf jeden Fall. Quatsch mit Soße, jetzt erst recht. Orange Cassidy eröffnet die Show. Der Main-Eventer von All Out. Kommt raus, ist mit Mikrofon bewaffnet. Es gibt Thank-You-Orange-Chants und man hat das richtig gemailt und er sagt, thank you. Die haben mir gesagt, ich soll zu Hause bleiben, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Also egal, ob Titel oder nicht, jede Woche werde ich hier sein, denn ich bin freshly squeezed Orange Cassidy und ich habe keine Catch-Trace. Und das war die Promo, Marcel. Und es gibt, glaube ich, genau einen Wrestler auf der Erde, der das machen kann. Und die Crowd wird es feiern und der heißt Orange Cassidy. Ja, war eine kurze, knäckige Promo. Jetzt ist ja der Orange Saft gar nicht mehr so freshly squeezed. Was ist denn eigentlich, wenn der nicht mehr frisch ist? Der schmeckt aber dann immer noch. Blut orange ist der nach dem Pay-Per-View eher. Oh, ja, wahrscheinlich. Da gehen wahrscheinlich auch ein bisschen Vitamine raus. Ich habe eine gewisse Chronistenpflicht. Ich möchte das jetzt vorlesen. 326 Tage. Das ist natürlich der längste Regent dieser Welt von diesem International Title. 31 Titelverteidigung. So, und jetzt wirst du mir zuhören. Rouge und Ten waren dabei. Lucha Swarovs und Ray Fenix. Dann Schabatta. Lee Jones. Jack Baker. Schabatta. Schabatta. Ja, Merk das. Merk das für Sommerquist. Fran Ferretta. Kit Staben. Jay Lise. Lee Moriarty. Juta. Bill. Nochmal Lise. Jeff Jarrett. Der Butcher. Tralicico. Buddy Messius. Gabriel Kidd. Bandido. Daniel Garcia. Kyle Fletcher. Dann die 21-Mann. Battle Royale. Battle of Nothing. Swerve. Garcia. Und Schabatta gleichzeitig. Und Sex selber auch noch. Lance Archer. A.R. Fox. Johnny TV. Juta. Aaron Solo. Und am Ende dann noch Penta. 31 Mal. Und beim 32. Mal kam dann John Moxley. Und das war dann leider zu viel für den armen Orange. Deswegen muss er den Titel jetzt abgeben. Aber wird keine Pause machen. Hat gesagt, der ist hier trotzdem jede Woche dabei. Ist halt bezeichnend. Jemand gewinnt den Titel. Wen steckt Tony Khan raus? Natürlich Orange Cassidy. Wo halt jeder andere aus dem Roster ein 30-sekündiges Videopaket gekriegt hätte. Cassidy ist der, der die Live-Promo vor der Crowd bekommt. Und was passiert dann? Orange Cassidy wird unterbrochen von John Moxley. Der kommt raus, weil er jetzt ein Match hat gegen den wohl witzigsten Menschen, in der Welt. AR Fox. Ich glaube übrigens, bei Orange Cassidy ist das so. Der Tony Khan, ich glaube, der ist vor Dynamite so, der ist richtig aufgeregt. Der ist richtig hebelig. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Vor Dynamite. Jetzt geht die Show los. Oh Mann, was machen wir überhaupt? Und dann kommt die Musik von Orange Cassidy. Und du hörst so richtig. Och. Und er singt einfach nur in seinen Stuhl. Die Musik dröhnt. Und Orange Cassidy kommt raus und Tony Khan so. Och. Dynamite. Und er ist richtig, ich glaube, dann ist er richtig in seinem Element. Er schwebt auf Wolke 7 dann. Deswegen erleben wir das, glaube ich. Ja, bei dem glüht ja auch die Tinte. Ist ja auch Hitze so, ne? Der hat ja wieder viele Verträge. Wir haben auch wieder viele Titelmatches und alles. Ja, ja. Was rutscht du da eigentlich die ganze Zeit so rum? Ich, ja, nee, ich bin jetzt auch gerade, ich habe die Musik gerade auf dem Ohr gehabt. Och. Erstmal rumgerutscht. Erstmal runterkommen. Ja, außerdem ist ja glitschig hier alles, ne? Also bei der Hitze schmilzt ja meine Wohnung weg. Vierter Stock. Liebe Grüße an die Dachstuhlgang von euch, die das betrifft. Orange Cassidy ist dann erst mal weg, denn jetzt geht es um John Moxley. Der bestreitet ein Match gegen A.R. Fox. Der ist jetzt wieder Babyface. Darby Allen begleitet ihn bis auf die Stage und ich glaube, es gibt im AEW-Roster niemanden, der wirklich seine Titelmatches so konstant radikal verliert, aber sie in solcher Regelmäßigkeit trotzdem bekommt. A.R. Fox, wirklich. Eine Open Challenge. Der wohnt vor der Tür von Tony Khan. Der wohnt dort, ja? Und immer wenn der Open Contract da durch den Schlitz geschoben wird, ist der A.R. Fox sofort da und unterschreibt den. Und deswegen kriegt er hier diese Ansetzung. Also, ja, weiß nicht. Hast du zu irgendeiner Sekunde damit gerechnet, dass A.R. Fox auch nur ansatzweise eine Chance auf den Titel hat? Ja, ich habe vorher von geträumt. Ist ja A.R. heißt ja alles richtig. Der macht wirklich alles richtig im Leben. Der kriegt seine Titelmatches und Glückwunsch auch von meiner Seite aus, weil Tony Khan, die glühende Tinte, die wollte ich noch unterbringen, habe ich gerade gemacht. Darby und Nick Wayne gucken sich das Match an. Die werden heute einfach aufeinandertreffen. Also auch hier, Tony Khan ist ein Sadist. Der hat gesagt, das sind die Einzigen, die noch befreundet sind aus der ganzen Geschichte. Main Event. Zack, ihr kriegt heute ein Match gegeneinander. Und das Match selber, der Opener von Mox gegen A.R. Fox. Es ist wirklich wie alle Fox-Niederlagen. Er darf mithalten, hat am Ende aber keine Chance und verliert. Also, und das halt in 8 Minuten 13. Und ich weiß nicht. Also das Ergebnis, cleane Niederlage in 8 Minuten 13, qualifiziert ihn in meinen Augen für eine TNT Championship Open Challenge in zwei Wochen bei Rampage. Das wäre jetzt so mein Takeaway. Ja, aber eine, die vorher angekündigt wird dann. Ja, richtig. Ja, das sind die Besten. Also auch Mox, jetzt ist die Frage, glaubst du, der wird eine Single-Storyline bekommen gegen wen anders? Oder ist es wie bei Orange Cassidy? Die Story ist, Mox hat den Titel und er hat den so lang, wie es seinen Körper zulässt. Was glaubst du? Nee, das war ja die Orange-Story. Der hat ja jetzt noch 30 Titelverteidigung vor sich. Einen hat er jetzt geschafft. Ja, weiß ich nicht. Also eigentlich sollten sie das in den Comic-Club mit reinbauen, irgendwie, dass er der Einzige ist, der da eine Gold hat. Ja, vielleicht will ich auch den Claudio-Gürtel haben mit der No Ring of Honor, aber... Also die machen nicht das, dass der Moxley daran zerbricht. Das ist keine Story für John Moxley. Aber so eine klassische Einzelfede jetzt gegen jemanden, siehst du auch nicht? Nee, eigentlich eher nicht. Wahrscheinlich erst mal so ein paar Titelverteidigung und dann überlegen wir uns das dann mal so im Laufe des Jahres, wenn es ein bisschen kühler wird. Na gut, gucken wir mal. Nun ja, also der Darby Allen, der kommt dann auch raus und gratuliert dem Fox dann nochmal nach dem Match und meint, du bist es, Junge. Und so fünf Leute applaudieren im Publikum. Und dann sehen wir auf der Leinwand Nick Wayne, der von Darby Allen jetzt alleingelassen wurde und der wird konfrontiert von Christian und dem Luchasaurus. Und Christian sagt, ey, ich muss mich entschuldigen, ich hab ja Sachen über deinen Vater gesagt, jetzt hab ich mir aber wirklich mal was angeschaut und wirklich, Jesus, hätte ich gewusst, dass der so schlecht ist, der ja noch schlechter, als ich dachte. Du brauchst einen richtigen Mentor. Und ganz ehrlich, Darby ist es nicht. Guck dir das halbe Händel an. Denk mal drüber nach und grüß deine Mutter von mir. Das fand ich, fand ich wieder schön. War übrigens Christian Cage, kommt auf die All-Out-Pressekonferenz, setzt sich hin. Und wie geht's euren Vätern so? Das war Weltklasse, der Mann gerade. Ja, ist eine gute Story, kann man so weitermachen. Jetzt hat er gerade den Juggle-Wolf verloren, ja dann kriegt er jetzt halt den nächsten 18-Jährigen. Die werden da eine Story draus machen, ob die jetzt so toll wird, weiß ich nicht. Mal gucken. Also wahrscheinlich, ich glaube von der Christian Cage-Seite aus wird's toll mit Davy Allen. Brauch ich das eigentlich nicht mehr. Wir haben ja gleich auch noch ein Match. Haben die das da schon bekannt gegeben eigentlich, dass es das Match gab? Ja, ne? Oder nein? Ja, ja, doch. Da war's schon. Das haben sie schon bekannt gegeben. Geht das ja auf Social Media ist nie mit. Nick Wayne ist halt, glaube ich, also Nick Wayne gegen Christian Cage ist das in meinen Augen, wo es drauf hinarbeitet. Was mir an den ersten Minuten der Show jetzt unabhängig vom Match gefallen hat. Ich finde, alles, was jetzt passiert ist, hatte dennoch, es hatte den Fokus, und zwar das mit Christian, Davy Allen und Christian weiter im Blick zu halten und ich fand's unfassbar schön verbunden. Cassidy kommt raus, wird unterbrochen von Moxley, der Entrance geht in das Match. Davy Allen sehen wir dann. Das wiederum ist nach dem Match die Verbindung zwischen Davy Allen, Nick Wayne und Christian. Also, das war schön miteinander verbunden. Das war nicht so dieses Dynamite-Hölzer, eine abgehackte Holzfäller-Booking, sondern das war, das war richtig geschmeidig. Das war wie 30 Grad Eis im Fluss, so ungefähr. 30 Grad Eis im Fluss, ja. Ist ja auch eine große Frage, darfst du 30 Grad Fäschel jetzt bei 40 Grad aufhängen? Aber das ist eine andere Frage. Ja, das war geschmeidig, würde ich auch sagen, aber es geht nicht um John Moxley. Also, wenn du schon so analysieren willst, das ist doch der, der endlich nach 31 Titelverteidigung, jawohl, der Böse, buh, aber das ist egal, weil der Gürtel ist egal, ist dann in dem Fall nur mittels ums Weg, damit jetzt der Moxley seine Eins hat da stehen, als erste Titelverteidigung. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber ansonsten das andere mit dem Nick Wayne und so, das war ein Eutmann. Nach der ersten Open Challenge machen wir, was? Richtig, direkt die nächste Open Challenge, denn neben AR Fox wohnt direkt Amy Sakura an der Kahnstraße 2B und sie trifft nun in einem TBS Championship Match auf Chris Stedtländer. Hier haben wir übrigens die letzten AEW Matches von... Das war doch jetzt offiziell, es wurde als Open Challenge announced und Tess hat auch gesagt, man kann sich nicht vorbereiten auf eine Open Challenge, aber Dynamite fing damit an, Amy Sakura ist heute da gegen Chris Stedtländer. Ja, was ist denn das für eine Logik? Die hat direkt unterschrieben. Vorher? Ja. Ja, aber das ist doch keine Open Challenge mehr, sondern ein festgelegtes Match. Nee, es war eine Open Challenge, bis Amy Sakura, die vor der Tür wohnt, sofort den Vertrag unterschrieben hat. Der AR Fox hat schon angesetzt zum Unterscheiden, da hat die Emi gesagt, nein, TBS, nicht TNT, das ist der Frauengurt, da darfst du nicht, sonst wirst du disqualifiziert. Ach so. Naja, die letzten AEW Matches von Amy Sakura wollte ich vielleicht kurz mal, Niederlage gegen Shida, Niederlage gegen Abaddon, Maki Ito und Riho, Niederlage Willow Nightingale, Niederlage Willow und Maki Ito, Niederlage gegen Tyre Valkyrie, also immer wenn im TV die gute Amy Sakura, es läuft nicht so gut und ich fang gar nicht erst mit ihrem Gimmick an. Die spielt in ihren Matches weiter Freddy Mercury, kommt aber als Königin raus und schmeißt ihre Krone beim Entrance weg, richtig angewidert. Was ist da los? Deswegen heißt sie doch auch M.I. Sakura, macht Irrelevantes und das tut sie konsequent seit vier Jahren bei AW, wenn sie denn mal da ist. Das Match war genau wie Mox gegen AR Fox, nur mit den symbolischen drei Minuten weniger für die Frauen, Fazit auch hier, bringt Zettländer jetzt eigentlich gar nicht so wirklich viel und hier war auch, also ja, halt Open Challenges nur nach der Kahn'schen Formel und hier gab es auch keinen Drumherum, keine Promo, keine Story, keinen Aufbau und deswegen hier in dem Match, ja finde ich, kann man relativ schneller parken, musste man nix von gesehen haben irgendwie. auch kein Fallout, die hat ja die Ruby Saw beim Pay-Per-Uber-Sieg, nix dazu. Ja, ein bisschen gleich, ne, mit Tony Stark, aber das ist eins von diesen Matches, die ich eigentlich nicht mehr so wirklich mag, also da kommt halt irgendein Böse und die legt ja los wie die Feuerwehr, die irgendwie, und macht Move und Move und Move, übrigens einmal, die Stetländer liegt am Boden auf dem Rücken und Ivo Sekuraj tritt mit dem Fuß oben auf den Kopf drauf, für mich ist das ein Pin, hat der Refuge wirklich nicht mitgekriegt, das ist auch egal und dann ist es halt ein Move von Chris Stetländer gewinnen, das ist so die Formel, weiß ich nicht, ob ich die noch brauche, für Chris Stetländer bringt es nix, für Ivo Sekuraj ja sowieso nicht, also, und diese Open Challenge verstehe ich nicht, also eine Open Challenge hat doch das Ziel, dass irgendwas Überraschendes passiert oder dass jemand eine Chance kriegt, der sonst nie eine Chance kriegen würde. das ist aber sehr viel, das ist sehr viel WWE, denke, bei AEW ist die Open Challenge einfach die Begründung dafür, warum ein Match ohne Story stattfindet. Ja, Glückwunsch. Ja. Also das ist halt, also da muss man einfach, das ist nun mal der Weg. Weil sonst ist ja mehr Story dabei, wenn es jetzt keine Open Challenge gewesen wäre, Toni Kahn hat gesagt, ich habe gestern schon unterschrieben und ich habe mir die Hand ausgesucht, also ich wollte unbedingt irgendwie Sakura haben, dann wäre natürlich eine bessere Story, das ist klar. Roderick Strong, Backstage, Interview, auf einmal von 0 auf 100 emotional, erzähl uns doch mal von deinen Eltern, Roderick, ja meine Mama war Drogenabhängig, mein Papa Alkoholikers, war toxisch und meine Schwestern ist gegangen und ich dachte so, Leute, ich bin überhaupt nicht bereit jetzt dafür und dann, Wrestling hat ihn rausgeholt, einfach aus der, ne, Strong erzählt seine emotionale Lebensgeschichte und jetzt gewinnt er den Grand Slam, das hat mich absolut auf den kalten Fuß erwischt, war wirklich, so, Chris Stetlander gewinnt gegen Emi Sakura, Cut, Roderick Strong, erzähl uns von deinen Eltern und auf einmal so diese tiefe, bedrückende Lebensgeschichte, das hättest du doch eigentlich viel mehr atmen lassen müssen, oder? Kannst du nicht einfach ein Videopaket abspielen, erzähl uns von deinen Eltern, Marcel? Ich erzähle nicht von meinen Eltern, aber es ist generell so, dass sowas passiert halt sehr oft leider bei deinem, dass dann die Sachen einfach ineinander übergehen und nicht atmen können. In dem Fall würde ich aber sagen, das Ganze ist ja Ironie, das ist ja wirklich, der macht das ja nicht wirklich, ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Geschichte überhaupt wahr ist, wahrscheinlich schon, aber es ist, glaube ich, so gemeint, dass, ja, ich bin jetzt der Starke und ich finde diesen Charakter Roderick Strong gerade eigentlich ganz gut, auch was dann gleich noch mit ihm passiert, dass er eben dieses Over the Top, oh, mir geht's so scheiße und mein Vater und meine Mutter und mit Regency Wrestling ist mein Ein und Alles, also ich habe das nicht als tiefe Story empfunden und er sitzt hier auf diesem Stuhl da drauf, auf diesem Sessel, so wie so auf so einem Thron sitzt er dann da drauf und dann seine beiden Leute daneben an, das war eine Parodie, das war irgendwie nie, habe ich das Gefühl gehabt. Dann wandert Don Callis ans Pult und schaut sich an, wie nun Sammy Guevara und Chris Jericho in den Ring kommen, die treffen auf Aussie Open und wollen an die Spitze der Tag Team Division. Hier haben wir ein Match, wo ein Story-Rahmen aufgebaut worden ist. Ich finde, an der Stimmung des Publikums hast du das gemerkt, weil die Crowd war hier relativ stark investiert, mehr als bei den ersten beiden Matches, so habe ich es empfunden. Es lief auch gut für Sammy und Jericho in den ersten Minuten, Differenzen vergessen, Don Callis sagt, ja, sind zwei Narzissen, natürlich funktionieren die dann erstmal miteinander und die haben simple Tag Team Aktionen gezeigt, viel Crowd-Jubel. Ich hätte mir gedacht, ja, probiert es da mal mit einer Double-Clausel ein, haben sie aber nicht gemacht. Naja, und der Sammy springt noch mit einem Cutter durch den Ring, um den Jericho zu beschützen, also das ist so die Story. Sammy hat alles gemacht, um Jericho zu beschützen, doch im Laufe des Matches hat Jericho mehrfach aus Versehen den Sammy getroffen. Der Sammy springt da mit waghalsigen Manövern nach draußen, Jericho springt da hinterher, trifft aber nur den Sammy. Kurz vorm Finish, der Sammy opfert sich auf, steht auf dem Apron und Chris Jericho kommt und dotzt den einfach da runter, weil Aussie Open ausweichen kann. Und das, ja, war dann richtig eng am Ende für Y2J. Der hat das Ding um Haaresbreite verloren, weil Kyle Fletcher richtig aufgedreht hat gegen Ende. Aussie Arrow auch im Ring, Kick-Out von Jericho, Fletcher hat No Walls of Jericho gekontert, hat einen Brain Buster durchgezogen, auch ein Kick-Out und am Ende war es dann ein, ja, Judas-Effekt, ganz dreckig mit Kratzen und Beißen, der aber gut gesellt war von Kyle Fletcher und Jericho gewinnt ganz knapp. Elfeinhalb Minuten ging das Match und der Sammy kommt dann in den Ring und dem ist nicht nach Feiern zumute. Der Jericho ist total happy, den scheint das gar nicht zu stören mit dem Sammy und dann geht der Sammy und sagt, nee, sorry, so war das nicht, so habe ich mir das heute nicht vorgestellt und dann ist der Jericho doch wieder ein bisschen nachdenklich, Marcel. Ich weiß nicht, ob er so nachdenklich ist, ne? Die Zuschauer waren mehr investiert in eine Match-Firma, die er einfach was an der Hand gegeben hat, ne? Weil da noch mehr Story dabei war, mehr Match-Story. Natürlich war Chris Jericho dabei und ich, eben Sakurin, das ist natürlich auch ein Unterschied. Es ist, ja, der Sammy, der Sammy, der macht einfach das, was der Sammy Guevara immer macht und der Jericho macht das, was der Jericho immer macht, nur es klappt halt eben nicht. Das ist halt so ein bisschen auch so, dass die spielen so ein bisschen, ja, der Jericho ist jetzt älter, das kann nicht mehr so werden und dann ist der Sammy Guevara. Nachdem der die ganze Zeit den Rücken hatte, dann hat er überlegt, ja, da bin ich ja jetzt Rester genug. Also wenn mich jemand hier haut, dann ist das niemals aus Versehen. Nein, auch wenn ich das hinterher nochmal 20 Mal in der Zeit übersehe, das kann nicht aus Versehen sein. Man zeigt es aber auch lustigerweise für den Zuschauern nicht in der Kamera, in der Wiederholung nochmal, wie das gewesen ist. Dann sagen nur die Kommentatoren so ein bisschen. Ist eine interessante Geschichte. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell vor einem geht. Direkt im ersten Match nach All Out, dass es da dann so knistert. Fand ich interessant. Offizielle wieder dabei. Das ist sowieso immer alles besser, die dann auseinanderhalten wollen. Leider nur zwei. Es hätten mindestens 20 sein müssen, aber das ist ja erst der Anfang. Das kann dann noch weitergehen. Also ich bin erstmal investiert, würde ich sagen. Und was ich hier so ein bisschen dran gesehen habe, das ist der einzige Makel so ein bisschen. In meinen Augen ist das so ein bisschen die Story Adam Cole, MJF. Zwei, die eigentlich nicht mehr so wirklich miteinander wollen, aber jetzt doch irgendwie. Und es ist irgendwie auch so ein bisschen, erinnert euch mal, Hikaru Shida gegen Britt Baker haben wir die letzten ein, zwei Wochen auch erlebt. Die ganze Zeit Friendly Fire. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es fühlte sich zu diesem Zeitpunkt für mich ein bisschen danach an, okay, bei AEW eigentlich sind 90% des Jahres die Stories Open Challenges und teaminterne Missverständnisse. Das sind die einzigen beiden Dinge, die immer den ganzen Abend stattfinden. Ist nicht so. Also wir werden heute auch noch coole andere Sachen bekommen. Aber das ist so das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, könnte einem auffallen, dass ein bisschen viel jetzt mit den Team-Missverständnissen ist. Aber so von der Machart insgesamt, es war Stimmung drin, Match war gut. Und ich glaube, Sami ist insgesamt der, der von der Charakterentwicklung jetzt am meisten profitieren kann. Und ich denke, das ist auch das Projekt des Ganzen. Denn Sami als Ziel hat man so ein, zwei Wochen versucht. Das hat ja gar nicht geklappt. Und was heißt ein, zwei Wochen? Hat man länger versucht, ja. Dann hat man als Face ihn wieder versucht. Das hat nicht geklappt. Aber jetzt gerade, man versucht, Beweggründe zu erzählen, Sami zu bejubeln. Und das ist, denke ich, insgesamt aus Story-Sicht erstmal ein guter Ansatz. Ja, ja schon. Also er ist ja der Letzte, der übrig geblieben ist. Dann kann man was draus machen. Ich finde aber auch, dass der Chris Jericho, dass der das erste Mal jetzt im Ring zeigen muss, was Sache ist. Vorher hat er ja immer nur eine große Fresse gehabt. Und dann war ja auch dieses große Meeting dann mit der ehemaligen Jericho Society. Und dann, jetzt muss er zeigen, was er wirklich kann. Und dann sagt der Sami war, Moment, ich habe dir die ganze Zeit vertraut. Und jetzt machst du hier sowas im Ring. Und dass wir gewonnen haben, ist aber jetzt buches Glück. Jericho wieder, wenn du jetzt die große Fresse haben, sagen, ich habe doch gewonnen. Wo warst du denn beim Pin? Also ich glaube, da ist mehr drin. Also klar, es doppelt sich so ein bisschen mit den Sachen, die du sagst. Okay, aber so ist es halt. Glaubst du, das könnte ein Match für WrestleDream sein? In knapp einem Monat. Jericho gegen Guevara. Oder glaubst du, so schnell wird es nicht gehen? Full Gear wäre dann noch im November. Ja, ich glaube, da steckt aber mehr drin. Es ist halt die Frage, ob man den Sami Guevara jetzt groß über Jericho überbringen will. Und dann werde ich jetzt monatelang was erzählen will. Oder ob man Jericho nochmal für was anderes nutzt. Also viel Zeit hat er ja am Ende auch nicht mehr. Also wenn er jetzt nochmal irgendwie ein neues Talent machen will, irgendwas, vielleicht geht er ja doch noch zu Takeshita oder irgendwie sowas, dann glaube ich das eher und dann tatsächlich das schneller abhaken. Weil ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell das schon mal hat. Ich hätte gedacht, man zeigt jetzt nochmal zwei, drei Matches, wo es zwischen den beiden dann doch noch das ist. Ein bisschen das Titelmatch, weil Jericho und Guevara gegen MJF und Adam Cole oder sowas, also kann ja auch um die Ring of Honor Take-Team-Titel sein, mein Gott. Ansonsten auch gegen FTA wäre auch ein geiles Match gewesen. Aber da so weit scheint mir gar nicht zu gehen. Die Ring of Honor-Tactic-Tag-Tag-Tag-Tag-Win sind ja jetzt neuerdings Welt, denn Fakt ist, die Sex-Gods haben gewonnen, nur sie standen halt nicht auf einer Seite. Jetzt könnte man natürlich auch eine Jericho-Promo bringen. Jetzt, Sammy, stell dir mal vor, die Fehler passieren nicht. Wer soll uns denn dann noch aufhalten? Und vielleicht geht's auch nicht. Und Jericho wird es so drehen, dass der Sammy schuld ist, weil der hätte ja auch woanders stehen können. Zweifelsfall das, ne? Toller Videorückblick dann auf das herausragende Match von Ricky Starks und Brian Danielson bei All Out. In der Niederlage ist Ricky Stark geblieben und der bringt sich over mit der Niederlage. Nobody can tap me out, nobody can match me. Er ist jetzt richtig sauer, denn er hat einfach keinen Bock mehr, sich immer nur mit diesen Brotkrumen zurechtzugeben und zufriedenzugeben. Vor allem, er will ein gottverdammtes Sieben-Gänge-Menü. Und das muss er sich jetzt verdienen. Also, du hast das in den letzten Wochen auch ein paar Mal angesprochen, er verliert dann doch irgendwie die wichtigen Matches gegen Punk, jetzt gegen Danielson. Aber ich hab trotzdem das Gefühl, er ist jemand, der sich durch seine Präsenz, durch sein Talking, durch sein Charakter, wie The Rock, der hat in seinen frühen Tagen auch viel verloren. Der trotzdem sich overhalten kann. Und deswegen, ich find, das war eine gute Reaktion. Hier, den hätte ich zum Beispiel gern mit einer Live-Promo gesehen. Ich hätte gesagt, Orange Cassidy hätten wir heute mit einer 30-Sekunden-Promo machen können, aber Starks ist der, bei dem ich gesagt hätte, ey, schick den mit einer Promo raus, weil der braucht das vielleicht noch mehr. Aber hat man sich nicht für entschieden. Ja, ja, kann man ja aber schon da noch machen. Ich glaube aber, das Problem ist so ein bisschen, er wollte ja eigentlich den Steamboat haben und das ist ja eigentlich so ein Chicken-Heal-Move. Da hat er wahrscheinlich wahrscheinlich gedacht, ja, den Steamboat, der ist alt und dann, oh nein, aus Versehen, jetzt hab ich ja den Bösen getippt. Ich hab ja auf Ricky Starks getippt, weil ich dachte, dass das die wichtige Story ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Bernard Danielson gewinnt. Jetzt haben wir halt den Salat. Jetzt hat Ricky Starks halt wieder verloren und muss eigentlich einsehen, nee, ich bin nicht so stark. Ja, und jetzt muss er halt wieder reden, 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 bis er das wieder gut gemacht hat. Wir haben dann als nächstes einen Rückblick auf die Geschehnisse um Samoa Joe und MJF und dieser MJF äußert sich jetzt. Vorher ist Don Callis noch mit Takeshda bei René. Takeshda hat so eine fette rote Lederjacke an, bei der ich dachte, die ist bestimmt 80 Kilo schwer und Callis meint, das ist der neue Big Dog hier, denn der hat Kenny Omega in sieben Tagen zweimal besiegt und nächste Woche kündigen wir unser neues Ziel an, welches von Takeshda gejagt wird. Takeshda als neuer Big Dog ist von dir als Roman Reigns Fan Nummer 1 approved oder acknowledgest du Takeshda nicht? Ich acknowledge ihn nicht für den Tribal Chief, also das ist ja ganz klar, der New God of Pro Wrestling, der hat, das ist eine Quote von, ich hab das ausgerechnet, hat einen Moment gedauert, ein Sieg gegen Omega pro 3,5 Tage, das ist eine ziemlich gute Quote, ich weiß nicht, wer das noch hat, ich jedenfalls nicht. Aber wer ist denn jetzt der nächste Gegend? Der hat ja wieder so ein Bild da aufgebaut gehabt, das wird bestimmt wieder lustig dann nächste Woche, die Entüllung, ich weiß jetzt nicht, wer könnte das denn sein? Und so ein Hangman oder so, der hängt ja auch ganz so gezinnt. Ich konnte es an diesem Bildausschnitt, da stellen wir so ein Gemäld und René hat mal drunter gelunzt, aber ich weiß nicht, wen er da drunter hatte. Vielleicht ist es einfach nur ein großer Titel, vielleicht ist es ja die TNT Championship oder die International Championship. Moxley. Moxley. Moxley, der turnt jetzt direkt gegen den Combat Club. Ja? Moxley, hier hört es zuerst. Wie ging es dann weiter in dieser Show? Wir haben MJF und Samoa Joe, wie gesagt, schon eingeleitet und jetzt war es dann soweit und der MJF, der kommt dann raus und der war guter Dinge, Marcel, der hat sich gefreut, weil er festgestellt hat, wir sind ja heute, ja, da ist ja die Frage eigentlich, ähm, sag mal, wo sind wir denn hier gelandet? Ich helfe euch weiter. Der war in Indiana. Das ist immer am Anfang? Ja, normalerweise am Anfang, heute nicht, Marcel, heute einfach mal mittendrin statt nur dabei. Ich frage mich die ganze Zeit, wo wir sind und du sagst es und sagst es. Jetzt, ich gebe euch Orientierung in eurem Leben. Wir waren im Indiana Farmers Coliseum in Indianapolis, Indiana. es ist die drittgrößte Stadt im mittleren Westen der USA mit Vororten zusammen über zwei Millionen Einwohner. Staat Indiana hat 1821 gesagt, ja und doof, irgendwie brauchen wir eine Hauptstadt. Ja, gründet mal eine. Und dann haben wir gesagt, ja Indianapolis machen wir. Indiana ist klar, Polis heißt auf Grieche Stadt. So einfach, also Weberpolis, Weberstadt. Also so einfach kann man eigentlich Städte gründen. Gründet die? Ja, richtig. Gründet die? Aber jetzt, wo du das so oft sagst, es gibt tatsächlich Bestrebungen. Also es gibt Leute, die wollen Indiana und Indianapolis beides umbenennen. Also irgendwann hört es dann auch echt mal auf. Ja, nee, bitte nicht. Es wuchs als Verkehrsknotenpunkt in den frühen, in seinen frühen Tagen des Eisenbahnnetzes rapide an. Also als die Eisenbahn einmal da durchgegangen ist, war ein richtiger Knotenpunkt. Bis hoch nach Chicago ging das da. Also richtig gut. Außerdem Motorsport Hauptstadt, Also IndyCar und so weiter, ihr erinnert euch, beziehungsweise das Indianapolis 500 Autorennen findet dort statt. Es wird auch als Racing Capital of the World bezeichnet. Tolle Kulturszene und unter anderem den Donut Trail. Also den Donut Weg. Dieser kulinarische Weg führt zu verschiedenen örtlichen Donut Geschäften in der Stadt, wo verschiedene Donut Kreationen probiert werden können. Und in der Arena, wo wir heute waren, wo kann man bestimmt auch tolle Donuts essen, fand vor allem viel AEW Wrestling statt. Die waren im November 2019 hier. Also wirklich in den frühen Tagen WWE gar nicht so oft. Tatsächlich. Liegt aber auch daran, in die Arena passen keine 6000 bei Wrestling rein. 3500 waren heute übrigens da. und das vielleicht so als kleine Erklärung in dieser Kategorie. Und ich glaube, damit haben wir soweit alles abgehakt. Oder? Wir checken nochmal. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ach, hier sind wir gelandet. Spannend, oder? Ja. So, danke für deine... Ja, mein Internet ist jetzt auch gerade weg. Ich gucke gerade nach Fastlane. Ach so. Ist ja auch jetzt eine WWE, sag mal, aber wird passieren. Ja, guck mal. In Indianapolis. Deswegen auch Fastlane. Und so. Bei Marcel müssen wir kein Schienennetz verlegen und ihn an den Zug anbinden, sondern Internets verlegen, damit er bei uns bleibt. Ja. Fastlane. Aber was gut wäre, das wäre so ein Truck. Warum fährt der Coca-Cola-Truck eigentlich immer nur im Winter? Ich fände das so geil, wenn jetzt der Coca-Cola-Truck hier vorbeikommen würde. Kommt nicht. Marktlücke, ne? Wie kommst du jetzt auf den Coca-Cola-Truck? Was hatte ich jetzt da drauf gebracht? Ja, weil du sagst Schienen und Verkehr und so. Und ich fand das lustig. Da denkst du jetzt... Bei Schienen und Verkehr denkst du jetzt erst an den Coca-Cola-Truck? Ich denke manchmal sehr merkwürdig, Tobi. Das ist richtig. Der MJF ist da. Freut sich, dass er heute hier ist in Indianapolis. Spricht über New York, wird er auch bald zurückkehren. Der Grand Slam ist da ja. Und da muss er seinen Titel verteidigen. Hat aber ein Problem mit einem Mann und der heißt Samoa Joe und der kommt noch heraus. Und wir bekommen das, was wir bei Punk gegen Joe nie bekommen haben in den letzten Wochen, nämlich ein Promo-Duell. Und Joe kommt raus und sagt, ich dachte, ich höre mir mal aus der ersten Reihe an, was du zu sagen hast. Ich schaue mal. Bisschen zu, Kid. Und der MJF meint, du bist da nur rausgekommen, weil du meine Entrance-Musik gehört hast und die für die Mucke von einem Eismann oder so gehalten hast. Und das, hier kommt ein Eiswagen oder sowas, lange gefahren. Das tropft dann Joe komplett ab. Er fragt dann nochmal, was ist dein Problem, Kid? Und der MJF meint, total kreativ, du hast zweimal dasselbe gesagt. Wow! Ich bin auch übrigens sehr kreativ. Will jemand MJF hören, wie er kreativ wird? Indianapolis? Habt ihr Bock? Und die haben Bock. Und dann beleidigen sie sich und sprechen über primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale über Längen, Dicken und Breiten, bis Joe dann zu blöd war und sagt, Max, jetzt im Ernst, was ist dein Problem, Kid? Und MJF sagt, noch einmal und ich hau dir aufs Maul. Und ganz schnell sagt, oh, okay, stopp, 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 Time Out. Du willst das ja. Du willst doch, dass ich auslasse. Ganz ehrlich, ey, es gibt ein Turnier, das kannst du gewinnen und ja, dann treffen wir doch aufeinander. Dann gibt's Fuck You Joe Chance, der reagiert mit, Leute, ihr seid mit eurer Mutter hier, benehmt euch doch mal. Und wer dann dachte, ja, gutes Segment, es ging ja noch weiter. Denn als nächstes wurde gefragt, who's ready for Storytime mit MJF? Und wir wussten ja, was kommen. Er spricht ein Tryout an, was er bei WWE hatte in Brooklyn. Das war das, wo William Regal ihn zur Brust genommen hat, gesagt hat, ja, schick mir mal jeden Monat ein Tape, du bist zu jung, aber wir nehmen dich unter Vertrag. Was ja nicht geklappt hat dann, wo MJF richtig sauer auf den Regal war. Und MJF hat gesagt, ja, den alten Mann habe ich wenigstens zurück zur NXT hingeschickt, wo er hingehört. Ja, und Joe, eigentlich, you're next, du gehörst da ja auch wieder hin. Huiuiuiui. Und MJF wurde damals gepitcht als Security Guard von Samoa Joe mit aufzutreten. Und diesen Joe hat er damals schon für eine Legende gehalten. Und was hat Joe gemacht? Einen 19-Jährigen, der seinen Traum verfolgt hat, einfach beiseite geschubst. War ein Drecksack. Und MJF sagt, ich weiß, wie das ist, ein Drecksack zu sein. Ich bin ja euer Drecksack. Euer aller Drecksack. Und du konntest es dir leisten, aber jetzt bin ich kein Kind mehr, Joe. Ich bin der AEW World Champion. Ring of Honor Titel komplett ausgeklammert. Und er hat die historischste Wrestling-Nacht aller Zeiten geheadlined. Er ist MJF. Also Joe, wenn ich du wäre, würde ich mir aus dem Weg gehen, denn sonst bin ich der, der dich killt. Dann gibt es Max is gonna kill you Chance. Alles, weil ich Maxwell Jacob Friedman bin. And I'm better than you and you know it. Und dann erklärt sich Joe. Er sagt, ich hab dich nicht geschubst, weil ich dachte, du bist ein Kind. Ich dachte, du bist eine kleine Bitch. Euren Satz-Snore-Feige von MJF und der Joe, man könnte denken, der rastet jetzt richtig aus. Der lächelt das weg und meint, du kannst mich nicht provozieren. Ich werde das Turnier gewinnen. Dann sehen wir uns wieder und bis dahin, have a nice day. Und MJF, für den ist das Ganze abgehakt. Er will den Ring verlassen, aber Samoa Joe wäre nicht Samoa Joe. Wenn er nicht doch noch die Attacke startet, posiert mit dem AEW World Title. Fand ich ein episches Bild. Und der MJF kontert selber aber nochmal mit einem Low Blow, greift dann auch wieder zu den dreckigen Taktiken. Crowd geht steil, MJF zerreißt sein Hemd, wird mit einem Yuranagi aber geplättet. Ansatz zum Musclebuster, doch Adam Cole macht den entscheidenden Save und beschützt seinen Freund. Cole und Joe ja auch eine Geschichte. Es war das erste AEW-Own-Hardcup-Finale für die wenigen, die sich erinnern. Ja, und dann ist im Ring Drama. Beim Pay-Per-View hatte MJF ja Nacken und hier liegt er jetzt dann auch. Der Adam's da und der Ah, mein linker Arm, der ist taub und da winselt er und der Adam Cole macht sich Sorgen und MJF wird Backstage eskortiert. Dann kommt Samoa John mit dem Mikrofon raus und mein nächstes Mal zerfetze ich dich in der Luft, du Bitch. Und das war bis hierhin, das war noch nicht vorbei, aber bis hierhin war das erstmal das Segment. Also, ich konnte mich nicht beklagen. Sagt mal aber nicht, dass das, ne, eine Hündin, musst du immer sagen, musst du selber umschreiben. Ja, war ein guter, gute Promo auf alle Fälle von beiden. Also, das ist, Samoa Joe ist da immer sehr intensiv und MJF schafft halt dieses Schleimige gleichzeitig mit dem Anbiedernden und irgendwie mögen wir ihn doch und dann aber dann haut er da doch noch seine Sprüche raus. Er will kreativ werden. Fand ich gut, ja. Ich fand aber den Aufbau, also, Leute, das war so ein Andrempler bei All Out, ne. Ich fand, wie der Joe ja gegrinst hat, fand ich ganz gut, aber ich weiß nicht, ob das dann... Aber das hatte ja die Geschichte, das hat er 2019 bei WWE MTV mit dem genauso gemacht. Ja. Und jetzt ist der MJF aber kein Rookie mehr, sondern World Champion. Das finde ich voll in Ordnung. Ja, und hat zufällig keinen Gegner gerade. Und dann kommt Samoa Joe und der rempelt dann so ein bisschen rum. Ist dir übrigens aufgefallen? Das ist mir schon sehr oft aufgefallen, aber der ist ja immer bei Collision. Jetzt ist Samoa Joe mal da. Der TV-Gürtel von Ring of Honor ist viel zu klein für Samoa Joe. Das sieht aus wie so ein Spielzeuggürtel. So ein bisschen das Big-Show-Phänomen von damals immer noch, oder Paul White. Und auch das ist ein Problem, weil das ist doch der unterste Mid-Card-Gürtel von Ring of Honor, was ja noch nicht immer diese Show ist. Und der steht, Samoa Joe, ich bin auch Champion irgendwie. Und es geht aber liegen höher. Und das ist MJF, das ist unser aller Champion. Er ist doch mein Drecksack, definitiv. Und dann kommt da Samoa Joe vorbei. Samoa Joe als Person, als Charakter, als Wrestler, definitiv nehme ich, liebe ich. Aber in der Story, die Story ist sehr dünn und auch dieser Gürtel, dass er den hat, das passt überhaupt nicht da rein. Weiß ich nicht, ob ich das nehme. Wahrscheinlich ist das der Ersatz, weil es wahrscheinlich gegen Sierpunk nochmal hätte gehen sollen, dann noch ein Rubbermatch vom Rubbermatch oder so. Ah, weiß ich nicht. Eins ist dir das aufgefallen, als der MJF großartig. Der MJF sagt doch William Regal. Kunde William Regal nach. So eine ganz kleine Mini-Parodie und guckt einmal wie William Regal, ich kann das nicht, entweder Elf kann das, hat er wunderbar gemacht. Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Hündin habe ich mir aufgeschrieben, du darfst nicht Bitch sagen. Niemand darf Bitch sagen auf YouTube, immer nur Hündin sagen. Nee, und dann ist ja das Ganze eigentlich ja nur der Aufbau, weil das Match kann es ja gar nicht geben, wissen wir ja alle schon, weil wir haben ja noch so ein Turnier, was der Tony Khan mal irgendwann aufgeschrieben hat und deswegen geht das Samoa Joe jetzt in das Turnier rein, obwohl das eigentlich auch schon stattgefunden hat, also die Einteilung. Es ist für mich gar nicht das ganz große Problem, dass die Story jetzt erst am Anfang ist. Ich glaube, man hat hier einfach den Sieger oder vielleicht schon ein potenzielles Finale beziehungsweise Endmatch, den Ausgang des Turniers einfach schon geteased. Da hat man jetzt mit angefangen. Du kannst das ja in den nächsten Wochen immer weiterspinnen. MJF kann die Matches von Samoa Joe am Kommentar mit begleiten oder so. Also da habe ich mich zufrieden mitgegeben. Es war jetzt kein Alltimer-Promosegment, dafür haben sie sich noch sehr zurückgehalten, aber es war immer noch gut genug, um mich hier prächtig zu unterhalten. Also ich hatte hier gar nicht viel dran auszusetzen. Ich fand die Kampfsequenz am Ende geil und halt dieses, du kannst spekulieren, MJF, der muss so viel wrestlen jetzt. Der hat dem Adam Cole beim Paper, hat er dem was vorgespielt, indem er gesagt hat, oh, mein Nacken und Häute. Sobald er Adam Cole gesehen hat, oh, nee, ich spüre meinen Körper gar nicht mehr. Davor war er gar nicht so schlimm eigentlich und kann man sich fragen, trollt der den vielleicht nur? Und auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, ey, der MJF, der ist gerade wirklich in der Phase, wo er richtig sich durchbeißt, wo er zum Babyface wird, wo er alles in die Waagenschale wirft und wo er wirklich aus seinem Körper absolut kaputt macht. Und das mag ich eigentlich. Storys, die du wirklich so in zwei Richtungen auslegen kannst. Deswegen, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. MJF, der geht dann Backstage und plötzlich schreit es, Adam! Adam! Und Roderick Strong kommt heraus mit seiner Kingdom-Gruppe. Matt Taven, Mike Bennett, keine Entrance-Musik, keine Halskrause mehr, beziehungsweise wird ihm im Ring abgenommen. Und dann sammelt Rick Knox noch irgendwie die Einzelteile dieses MJF und Samoa Joe Fights auf, das war ganz witzig. Und die haben dem MJF unterstellt, dass der nur simuliert und Cole gefiel das gar nicht, der ging dann aber Backstage. Und dann startet das Grand Slam-Turnier, für das wir ja immerhin mal schon einen Baum bekommen haben. Er war noch leer, aber immerhin ein Baum. Ja, wir haben noch nicht ganz die Infos bekommen, wer drinsteht, aber gut. Und dann starten wir zumindest mal mit Roderick Strong gegen Trent. So, und das war schon mal angesetzt und da wussten wir, okay, das ist ein Match im Baum. Hättest du dir gewünscht, dass wir den ganzen Baum von Anfang an kennen oder sagst du besser ein leerer Baum als gar keinen Baum? Jeder Baum ist gut. Ich habe jetzt gerade nicht hochzugeweilt, weil hier war so ein bisschen Internet weg, aber ich vermute, du hast ganz tolle Sachen mit Roderick Strong gesagt. Und der Turnierbaum ist, hast du den Turnierbaum schon genannt? Nein, noch nicht. Der war ja leer zum Start des Matches. Ja, der war leer und der wird dann voll und da habe ich auch ein paar Sachen zu sagen. Gucken wir erstmal aufs Match. Roderick Strong gegen Trent, sehr technisch, Crowd kam lang nicht wirklich rein. Die Stories, beide haben in ihrer Karriere Nackenprobleme gehabt, sie arbeiten hart, um die Crowd da reinzukriegen. Es gibt Nierfalls für Barretta nach einem tollen Konter als Antwort auf einen ebenso tollen Konter. Strongs Nacken in den Fokus genommen, es gab einen Piledriver, wir dachten, das ist es, aber Strong kriegt den Fuß aufs Seil. Ein Veteran-Move von Roderick Strong und ein Veteran-Instinct von Trent, der eben den Nacken überhaupt dann so in den Fokus genommen hat. Trent kniet sich zurück ins Match, Ende ist dann der, ja, End of Hard Egg, der von Roderick Strong relativ schnell durchgezogen wird, also dieser Backbreaker und da reicht es dann auch. Also elf Minuten ging das Ganze und danach musste auch direkt die Nackenkrause bei Roddy wieder dran und Tony Schiavani schreit nur am Kommentator und es war ganz witzig. Ja, war das jetzt verarscht oder nicht mit der Nacken? Also der nimmt es ja am Anfang ab und dann kann er ja doch resten und während des Matches merkt er dann doch, dass er einen Nacken hat und hinterher haut er sich dann ganz schnell wieder rum. Bei der Hitze übrigens gar nicht gut, wenn du so eine Nackenkrause dann hast. Ja, ja. Ja, verdient, ne? Warum Trent Beretta jetzt drin war, das wirst du mir jetzt bestimmt erklären. Weil Trent ist im Trend gerade. Also der ist, der kann da auch. Also hat ja auch bei Stadium Stampede mitgewonnen und da kann man doch auch mal hier jetzt in dieses Turnier rein. Naja, das war gar nicht das Problem. Denn nach dem Match bekommen wir einen Baum, also wirklich einen kompletten Baum. Endlich wissen wir, wer jetzt die Chance bekommt auf die AEW World Championship und ihr macht jetzt mal bitte eine Sache mit mir. Ihr macht jetzt mal alle die Augen zu. Marcel, du auch? Und jetzt überlegt ihr euch mal ganz fest, welche Namen wurden in den letzten Wochen bei Dynamite so prominent gefeatured, dass man denken konnte, ja, okay, die sind in die Position gebracht worden, um ein mögliches World Championship Match anzustreben. Weiter im Kopf, weiter im Kopf, ne? Also der Cash da. Also wir haben Darby Allen, Nick Wayne, Trent und Roderick Strong, das ist jetzt die linke Hälfte, die wissen wir schon. das wissen wir jetzt schon. Dann Jerry Poe vielleicht, die Vara könnte, Samoa Joe ist ja drin, ja, wir gucken mal in die rechte Turnierhälfte, wir gucken in die rechte Hälfte, Samoa Joe, genau. Ja. Und was fällt uns noch ein? Jeff Jarrett, Jeff Jarrett definitiv. Leider nicht, leider nicht. Ich sag's euch, ich sag's euch. Doch. Ganz klar, Jeff Hardy, Jay Lethal und Penta. Die Hardys, die zuletzt klar gegen die Bucks verloren haben, Penta, der letzte Woche gegen halbtoten Orange Cassidy verloren hat und Jay Lethal, der sein letztes Match bei AW für über drei Monaten gewonnen hat. Manchmal wünsche ich mir die Rankings zurück, Marcel. Nein, es ist halt, wer näher an Turnikan wohnt, du hast das doch schon erklärt. Ja, da waren die Rankings tatsächlich gut. Die Idee vom Ranking war auch sehr gut, hat mir auch am Anfang gefallen, aber es ist halt, hat nicht funktioniert, da können die Audix, die haben es versucht, aber jetzt, also ich hab mir das auch gedacht, vor allem, du hast eine linke Dynamite-Hälfte, das sind so die einigermaßen okayen Matches und dann hast du eine rechte Rampage-Hälfte, die vergessen wir ganz schnell und einer von denen wird dann am Ende groß rauskommen und es wird natürlich Samoa Joe sein gegen Roderick Strong wahrscheinlich, aber das hätte man auch anders machen können. Und die Frage nochmal, warum ist Trent Perretta mit drin? Ja, weil, also, Trent, das T steht für Titel, also ist doch ganz klar. Denk doch mal nach. Ja, aber wir haben einen Baum, kannst du mal aufhören immer zu meckern? Du kannst nicht auch, kein Baum, kein Baum. Du denkst bei Schienennetz an Coca-Cola-Truck und beschwerst dich, dass Tony bei Titel an Trent denkt, also bitte. Ja, vielleicht hab ich mir den Witz auch vorher schon aufgeschrieben und hab nur gewartet, dass es irgendwann mal Gelegenheit gibt, den zu bringen. Jetzt hab ich interner verraten, ich weiß, aber so ist es halt. Ich bereite mir wenigstens noch vor, anders als Tony Kahn. Der Sieger des Turniers trifft auf MJF und zwar am Arthur Ashe Stadium am 20. September, das ist ja auch in zwei Wochen schon. Also, Jeff Hardy einigermaßen drauf. Jeff Hardy gegen MJF. Ja, Und dann werden sie Tag Team, sie nennen sich dann nur noch MJF und dann, ja, okay, gut. Das ist leider witzig. Tony Storm, auch leider geil, im Interview bei René Parkett. großartig. Die wird damit konfrontiert, die Tony, dass sie Ruby mit der Sprühdose, ja, beim Pay-Per-View den Sieg gekostet hat. Und dann sagt die Tony, Moment mal, Moment mal, Sprühdose, Sprühdose, Alter, ich nutze so viele Sprühdosen bei meinen Aufträgen. Ist so alt, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Vergangenheit, alt, Gäste, morgen, ich will nach, morgen, vorne, nach vorne will ich doch jetzt mal schauen. Kommende Woche gibt es nämlich einen kleinen Sneak-Peak in mein Leben und bis dahin, René, du weißt ja, was die sagen. Chin up, tits out and watch for the shoe. Und ich habe aufgejault vor Freude. Chin up, tits out and watch for the shoe. Das war, also, Hall of Fame-Promo von Tony fucking Storm. Es war mega lustig, es war mega lustig, aber ich habe gar nicht so richtig verstanden, was das heißt, weil ich kann ja nicht so gut Englisch. Wenn ihr auch nicht gut Englisch könnt, dann haben wir hier eine Idee für euch. Werbung. Ja, denn wer das nicht verstanden hat, der sollte vielleicht Englisch lernen. Keine, also wir haben für euch jetzt keine Tits and Tricks im Angebot. Oh Gott, ich hoffe, wir dürfen den Spot machen. aber dafür Sprachen und zwar bekommt ihr die bei Bubble. Wir haben jetzt gerade eine Kooperation laufen, Marcel, und da kann man mit Spotfight kann man Sprachen lernen bei Bubble. 14 Stück kann man sich da insgesamt auswählen, das ist eine richtig breite Palette. Ich mache jetzt eine Spotfight, also wir machen jetzt eine große Bewegung. Wir werden jetzt alle Indonesisch lernen und dann werden wir eine gesamte Spotfight Review auf Indonesisch führen. Das wird passieren. Das ist unser Ziel, in einem Jahr wollen wir eine Indonesisch Review haben. Also das Gute bei Bubble ist ja tatsächlich, du lernst da nicht einfach nur stumpfes Vokabular so vor dich hin und so Wörter auswendig lernen, so wie früher in der Schule. Nee, die haben tatsächlich, das nennt sich die Bubble-Methode, die haben ein sehr gutes Verfahren entwickelt, wo du wirklich viele verschiedene Komponenten trainierst. Du hast einerseits natürlich die Aussprache, die du trainieren kannst, Hörverständnis, was du trainierst und natürlich auch das Gedächtnis der Vokabeln. Und das ist aber auf so eine Art und Weise gemacht, dass ihr wirklich ein Sprachgefühl entwickelt und nicht einfach nur stumpfes Vokabular auswendig lernen und das Ganze auch über nicht nur Text und so, sondern über Videos, Spiele, Podcasts, also eigentlich sehr bunt aufbereitet, Marcel. Sogar was für dich. Das kann sogar ich, ja, ich hab das in der Schule immer gehasst, Vokabeltraining, jetzt hast du da eine Vokabel und da eine und wehe, du weißt sie nicht, aber du kannst natürlich auch anders, du machst Spiele und dann machst du einfach eine Geschichte, erzählst irgendwas und dann im Satz selber wird dir dann ein neues Wort vorgeschlagen und dann weißt du sofort, was das bedeutet, weil man lernt ja über auch Liedtexte so gut, ja, weil dann eben der Kontext mit der Melodie da ist und das Schöne ist, ihr könnt auch wirklich einstellen, für welche Situation wollt ihr lernen, also wollt ihr zum Beispiel für die Arbeit lernen, braucht ihr da zum Beispiel jetzt mal Englisch, also falls ihr Indonesisch auf der Arbeit braucht, auch super, aber wenn ihr zum Beispiel Englisch braucht auf der Arbeit oder Spanisch, also wirklich bei den 14 Sprachen ist alle Klassiker dabei, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch, Niederländisch, Polnisch, Indonesisch, unser Klassiker, Norwegisch, Dänisch, Englisch, Russisch und Deutsch, also auch Deutsch kann man übrigens dort, und glaubt mal, da kann man tatsächlich auch ein bisschen was lernen. Würde ich einigen auch mal empfehlen, vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ja, aber nicht euch, weil ihr seid der tolle Zuhörer und Zuhörerin. Und da kann man aber trotzdem, das kannst du für eine Reise optimieren, für den Alltag und so weiter, also wirklich, du kannst ganz gezielt anwenden, wofür du es lernen möchtest und das Schöne ist, mit Spotfight habt ihr jetzt nicht nur irgendwie so, ja, ihr lernt irgendwie einen Monat oder so, nein, 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 wenn ihr auf bubble.com slash audio geht oder einfach über den Link dann könnt ihr euch dort anmelden, könnt ein 6-Monats-Abo abschließen. Und wenn ihr das gemacht habt und den Code Spotfight eingebt, also S-P-O-T-F-I-G-H-T, dann könnt ihr einfach nochmal 6 Monate on top drauf lernen. Das heißt insgesamt, Marcel, mit uns ein ganzes Jahr Zeit, um Tony Storm zu verstehen. Zweimal indonesisch, ihr könnt ja gesamten Kurs zweimal durchspielen und einmal gratis geht lau auf Spotfight. Großartig, also ich würde das definitiv machen und das ist aber tatsächlich jetzt mal unter uns, also Englisch lernen, vor allem als Wrestling-Fan, es hilft schon sehr. Also wenn ihr da nicht so gut drauf seid, ich habe auch immer wieder Leute, die dann sagen, könnt ihr das mal übersetzen in den Reviews, machen wir natürlich gerne, aber es ist wirklich deutlich besser, wenn man das auch im Originalton guckt beim Wrestling. Auf jeden Fall. Also wenn ihr die Möglichkeit ergreifen wollt, ihr unterstützt uns übrigens auch damit, das heißt, es landet bei uns eine Provision, das ist dann eben unser Anteil, aber wir finden uns einfach ein guter Partner, weil das passt einfach, ja, und deswegen, wenn ihr Bock habt, Sprachen lernen mit Bubble und Spotfight unterstützen, dann bubble.com slash audio, Link in der Beschreibung und dann einfach mit dem Code Spotfight. Sechs Monate abonnieren und ein ganzes Jahr lernen. Tony Storm, eine Frau von Welt. Wir lieben sie. Watch for the shoe. Du hast ja die Pointe noch gar nicht gesagt. Jetzt sag die Pointe. Ja, der Schuh fliegt dann halt wieder auf die René. Es war toll. Es war sehr lustig. Ich lese nochmal vor, Chin up, Tits out and watch for the shoe. Das war das Lustige, was ich seit sehr langer Zeit gesehen habe. Also Tony Storm, diese neue Rolle, es ist wunderbar. Wieder andere Haare und dann fliegt am Ende tatsächlich der Schuh und René Park jetzt und sagt, was machst du denn da jetzt gerade? Also kommt dann das bitte an. Sehr, sehr lustig. Das ist keine große Story, aber es ist ja egal in dem Fall. Ich sag dir, Tony Storm wird damit aber in der Halle mehr overkommen, als mit jedem Wrestling Match, was sie innerhalb der letzten sechs Monate bestritten hat. Ich sag's dir. Ja, wenn du einschaltest, du siehst, ach, das ist Tony Storm und egal was die macht, die fällt auf in dem Fall. Der Hangman Adam Page, ist aufgefallen. Und zwar als Gewinner der Over-Budget Battle Royal beim Pay-Per-View in der Zero Hour. Und jetzt ist er für ein Interview mit Tony Schiavani im Ring angesetzt, was ein Wochenende sagt er. 50.000 sind an den Chicago Education Fund gegangen, an alle Lehrer, ihr seid unterbezahlt, nicht genug wertgeschätzt, ihr seid die Besten und da gibt's lauten Jubel für. Und der Hangman will dann nicht nach hinten schauen wie die Tony, der will nach vorne schauen. Und es soll darum gehen, was er mit dem Rest seines Jahres eigentlich so machen will. Und bevor er was sagen kann, ertönt die Musik von einem Mann, den wir seit All In nicht gesehen haben und das ist Swerve Strickland. Der kommt heraus, sehr sparsamer Blick. Prinz Nana, ein einziger Vibe, wie der die ganze Zeit am Abgehen ist. No, 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 no. Großartig. Also Prinz Nana, ein wandelndes Meme, sensationell. Und Swerve meinte, ich lag jetzt zwei Wochen im Sarg. Ich war zwei Wochen eingekoffert. Und da wird man klar im Kopf. Und er dachte, als er aus dem Sarg rausging, als erstes an, den Hangman an dem Page. Da hab ich mir auch erst mal gedacht, hä, was, warum denn das jetzt? Und dann sagt er, Junge, Charity. Dein Ernst? Aus den Kindern wird erstens eh nix und zweitens, du stehst in der Zero-Order des Pay-Per-Views und gibst dich mit Charity zufrieden. Statt auf der Maincard, um Titel zu kämpfen, du warst mal ganz oben. Hast alles aufgebaut hier. Du hast mit dafür gesorgt. Ohne dich wären keine 81.000 Wembley gewesen. Du warst handpicked von Tag 1. Du warst einer der ersten großen Player in dieser Liga. Und jetzt stehst du in Pre-Shows. Du hast das Feuer verloren. Du hast seit einem Jahr keine neue Wrestling-Gear, keinen neuen Merch. Alles Same-Ode-Same-Ode. Aber Hauptsache einen neuen Vertrag, den du unterschrieben hast. Ja? Sieht so aus, als hättest du gut gegessen, Hangman. Das sieht man dir an. Du hast keine Singles-Matches, keine Singles-Promos, keine Titel-Matches. Ich glaube, du hast es ja einfach bequem gemacht. Und ganz ehrlich, hätte ich eine Chance bekommen, ich wäre heute der erste schwarze AEW-World-Champion. Ich würde für den Spot töten, den du hast. Deswegen gibt es jetzt zwei Optionen. Option A, reite in den Sonnenuntergang, kleiner Cowboy, und ich mache AEW zu Whose House? Swerves House. Und Option B, du raffst dich mal, holst dir Motivation zurück und zeigst den Leuten, was Cowboy-Shit wirklich ist. Wie dem auch sei, das Endergebnis ist das gleiche. Ich werde mir den Platz nehmen, den du scheinbar gar nicht mehr willst. Und der Hangman meint, wenn du ein Match gegen mich willst, dann geh nach hinten und holst dir. Und da schreibst du einen Tony-Kahn-Vertrag, wenn du das. Und ja, dann steht Swerves im Ring, Hangman geht gerade und dann sagt der Swerves, ja schade, dass deine Frau und deine Kinder jetzt am TV wieder sitzen und mal wieder sehen, wie du vor der Verantwortung wegrennst. Oh, und das trifft den Hangman und dann dreht er um. Und dann geht er im Ring, der Attacke von Brian Cage. Das war natürlich orchestriert von Swerves und der Brian Cage zerpflückt den Hangman und damit endet ein, wirklich, wie ich fand, Marcel, richtig gutes Segment. Weil am Anfang dachte ich mir, in welche Richtung soll das jetzt gehen? Aber ich fand, Swerves hat seine Rolle hier unfassbar gut gespielt und jetzt will ich das sehen. Ja, 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 du schon. Also orchestriert ist auch so ein Wort, das kann man bei Bubblen auch lernen. Ich mache da mal ein bisschen Werbung hinten raus. Also, sagen wir mal so, woran erkennst du, dass du bei AEW nicht mehr so wirklich im Vordergrund stehst? Ja, du bekommst ein Promo-Duell mit Swerves Strictland. Das muss passieren. Ja, der Swerve, der macht das schon gut, das möchte ich sagen. Also, das stimmt schon. Und Prinz Narnan natürlich, wann du da Meme sagst, das ist lustig. Zwei Wochen im Sarg habe ich auch lustig gefunden. Aber ich erwarte doch eigentlich mehr vom Hangman. Er sagt ja sogar selber, er wollte ja nicht mal in diese Battle Royale, der war ja gar nicht angekündigt. So, die haben mich angerufen, da bin ich gekommen, da bin ich gewonnen. Also, so wichtig war die. Ja, und Lehrer sind so toll, dass er als Lehrer zurückgetreten ist, um Wrestler zu werden. Ja, nehme ich dann auch nicht so sehr. Und dann kommt dann Brian Cage. Okay, aber das ist doch nicht der Hangman, den ich sehen will. Das ist, also nachdem er diesen World Title gewonnen hat gegen Kenny Omega, sind wir uns ja eigentlich, das war natürlich der Höhepunkt, der Highlight und danach kam dann nicht mehr viel. Da muss man dann auch mal ein bisschen abkühlen, ein bisschen rausnehmen. Aber jetzt ist doch der Zeitpunkt. Jetzt kannst du das doch machen und jetzt kannst du den doch auch in dieses World Title Turnier reinstecken zum Beispiel. Ich habe gerade Hangman gesagt, der würde da doch mehr reinpassen als ein Trent Beretta oder was auch immer. Und auch mit der Elite oder was auch immer man da machen kann. Und jetzt, toll, dann hat Swerve Strickland jetzt halt tolle Sachen gesagt. Aber ich finde diese Story noch sehr, sehr mau zu diesem Zeitpunkt. Da bist du jetzt von uns beiden allein. Ich fand das nämlich sehr gut und ich hatte richtig Bock drauf. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich Swerve einfach nicht so weit unten einordne wie du. Und ich sage, der Hangman ist halt ein gefestigter Player bei AEW, der in der Lage ist, andere Ober zu bringen. Und wenn wir jetzt eine Fehle bekommen, die Richtung Wrestle Dream und Full Gear geht, das ist das Schöne. Wir haben jetzt zwei Pay-Per-Views, das heißt, du kannst zwei Matches schön back-to-back aufbauen. Dann sehe ich das als eine coole Paarung an. Dass der Hangman dann die Morgul Embassy dann hochkommt. Ja, der soll die erst mal gerade auseinandernehmen, aber am Ende gewinnt Swerve. Also Swerve hat jetzt die Fehle gegen Darby verloren. Mein Entschluss wäre dann, okay, dann sollte er jetzt gewinnen. Ja, kann ja sein. Aber dann hast du ja wieder das Problem. Ich weiß, der T-Jow hat das in jeder zweiten Folge gesagt. Dann hat er jetzt dann der Swerve gegen jemanden gewonnen, der ja offensichtlich gerade ganz am Boden ist und nichts aus seinen Sachen macht. Hat er gerade gesagt, wie schlecht du bist. Du bist Battle Royale. Was willst du denn da? Du kannst ja eigentlich mehr, aber irgendwie auch nicht. Der Hangman kann sich ja mit Promos wieder reinbringen. Der kann ja... Also Swerve Strickland kann zu diesem Zeitpunkt nicht an dem Hangman wachsen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn der Hangman, er wird ja ein Match gegen Brian Cage kriegen. Das wurde lustigerweise, hat man uns dann angekündigt gleich, Brian Cage gegen Hangman an einem Page Teil 3 und ich so, ich habe nicht meinen ersten gefühlt mitgekriegt. Das war ganz witzig. Das haben wir uns angekündigt. Aber ganz ehrlich, wenn der Hangman da stark delivered in diesem Match, wenn er dann eine starke Promo hält, er kann das Feuer ja showcasen. Er kann sagen, so Swerve, ich zeige dir, dass ich das Feuer habe und das kann er ja beweisen. Er kann die Crowd hinter sich bringen und wenn Swerve dann gewinnt, dann bedeutet der Sieg auch was und vor allem finde ich es deswegen gut, weil hier sind jetzt mal keine Team-Differenzen, es ist mal keine Open-Challenge, es ist eine Storyline, es ist ein inhaltlicher Ansatz und das finde ich gut und das, wie gesagt, da finde ich, haben alle ihre Rolle gut gespielt und dem Hangman konnte man das schon so ein bisschen unterstellen, finde ich und das ist von Swerve nicht aus der Luft gegriffen, dass irgendwie ein Heal sagt, ich finde dich jetzt kacke und will Respekt oder so, sondern ich finde, hier ist eine solide Basis und deswegen gefällt mir das sehr gut. Das ist immer wichtig, dass der Heal was Vernünftiges sagt und da hat er ja recht, das stimmt schon. Wenn das so kommt, mal gucken, vielleicht lasse ich mich überzeugen, wenn es nicht so kommt, dann kommt es natürlich so, dass die Young Bucks dann noch dazukommt und vielleicht kennt die Omega und dann gibt es natürlich vier gegen vier, dann das ist ein klassisches Full-Gear-Match, finde ich. So sieht das nämlich aus. Bei AW Rampage, da gibt es die Young Bucks gegen 2.0, weil warum nicht? Außerdem Samoa Joe gegen Jeff Hardy und Penta gegen Jay Lethal, das ist die rechte Hälfte des Turnierbaums, da gucken wir mal. Die unwichtige. Da bin ich sehr gespannt, das ist bei Rampage. Dann hörten wir auch noch mal von allen, eigentlich total wichtig, diese Rampage-Ausgabe. Bei Collision kriegen wir dann Roderick Strong gegen den Gewinner des Main Events gleich, Darby Allen oder Nick Wayne und Jeff Hardy oder Samoa Joe gegen Jay Lethal oder Penta. Dann hören wir außerdem von Brian Danielson, der beim Pay-Per-View gewonnen hat, der Bullet Club Gold ist da, von Saraya und Ruby Soho hören wir auch und die Acclaimed, von denen werden wir auch was auf die Ohren bekommen. Das ist doch mal ein Liner. Würde ich sagen, ne? Also da sind diverse Sachen, weil die mich interessieren. Ich guck's mir an. So, und Dynamite ist nächste Woche auch. Da findet schon das Turnierfinale dann tatsächlich statt, ja, so wie das Grand Slam Women's Championship Four-Way Eliminator Match aus acht Worten bestehen. Es geht darum, wer Saraya ausfordert und, ja, und halt. Ja, aber da sind doch jetzt bestimmt die drin, die gerade so ziemlich stark sind. Zum Beispiel Chris Detleiner hat ja gerade gewonnen, würde ich sagen, als einzigen, ne? Und dann, äh, Toni Storm ja nicht, weil die hat ja verloren, die war ja nur vorher Champion, die muss ja nicht nochmal, obwohl sie gerade im Interview gesagt hat, sie wird nochmal. Oder? Wer ist denn drin, sag mal? Es geht, also, drin sind Britt Baker, Hikaru Shida, Nyla Rose und Toni Storm. Und im Endeffekt kriegen wir einfach eine Ansetzung, einfach damit Toni Kahn halt ein Match hat, ohne, dass er sich Gedanken um eine Storyline bei den Frauen machen muss. Das ist wirklich so ein lächerliches Alibi-Booking. Ich kann es nicht anders sagen, allein heute wieder. Aber, 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 Tobi, 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 da ist doch aus Versehen eine Story drin, die hat ja Toni Kahn, also, du hast doch Seraya gegen Toni Storm, das ist doch aufgebaut, die ehemalige Champion, die hat doch eine Berechtigung, das zu sagen, aber, aber jetzt hat er die ja vergessen, jetzt macht er ja trotzdem so ein blödes Eliminator-Ding. Und das ist eben billig. Das ist billig, dann mach doch direkt Toni Storm gegen Seraya und bau das mit einer guten Promo-Manage auf. Warum dürfen die Frauen sich nicht selber mal overbringen mit fucking Segments? Warum müssen die einfach immer in lächerliche Würfelansetzungen laufen, die aus der Lostrommel kommen und dann einfach Eliminator 18 Mann 15 Match 3000 XD und das kann doch aber nicht der Ansatz sein. Du packst Nyla Rose noch einfach rein, nur damit eine von denen, also entweder Hikaru Shida oder Britt Baker gut aussieht in dem Match, dass sie dann nicht trotzdem verlieren muss und dann gewinnt dann am Ende doch Toni Storm in einem Match, wo es darum ging, was sie eigentlich eh schon hatte. Bau das doch drei Wochen auf. Die Story ist doch da und sie ist spannend. Ruby Soho hat doch auch noch mitzureden. Mach das doch. Ruby Soho hat beim Pay-Per-View gegen Chris Detlander verloren, Follow-Up legit nicht vorhanden. Chris Detlander hat Amy Sakurin vier Minuten besiegt. Tolle Katze, ganz schön habt ihr das gemacht. Also Ruby Soho hat keine, keine, keine Titelaspiration, aber sie hat ja Möglichkeiten da reinzugreifen, Toni Storm und Seraya, da kann sie ja dann irgendwas noch machen. Es ist eine Story, die einfach mit Füßen getreten wird. Das ist einfach so eine Bremse irgendwie so. Ja, jetzt machen wir noch dieses Match und wer dann gewinnt, ah, und wahrscheinlich gewinnt er dann noch nicht mal und so, dann gewinnt er Naila Rose und dann yay. Toni Kahn bookt das wirklich, als wäre es die größte Last in seinem Rucksack der Welt und er würde es einfach nur abhaken wollen. Er bookt es wirklich wie etwas, einfach nur, let's get it over with. Einfach nur abhaken. Orange Cassidy Musik, komm. Orange Cassidy. Vielleicht sollte er Orange Cassidy Musik beim Women's Booking hören. Vielleicht läuft es dann. Stell dir mal vor, er würde nur eine von den Frauen behandeln wie Orange Cassidy. Holy Shit! Was wäre nur möglich? Naja, außerdem Adam Page gegen Brian Cage und Don Callis wird sein prächtiges Meisterstück enthüllen. Lassen wir einfach mal so stehen. Und damit, Ladies and Gentlemen, ist es natürlich auch schon soweit. Wir sind angekommen. Well, it looked like there's been enough time. It's time for the main event! Und der besteht aus Darby Allen gegen Nick Wayne. The Five-Fans werden stolz sein. Das Match wrestlen beide für Buddy da oben im Himmel. Papa von Nick Wayne. Das bedeutet denen emotional richtig viel. Und Tony Khan, der Sadist, hat gesagt, ja einfach Freunde gegeneinander. Oder einfach so rausfallen. Was hätte man aus der Paarung emotional rausholen können? Aber ich habe heute wieder eine Sache gelernt, Marcel. AEW und Tony Khan, das ist nicht Match aufbauen. AEW und Tony Khan ist nur Match bauen. Das Auf lassen wir weg. Es ist einfach nur Match bauen. Und auch hier, wir bauen einfach einen Match, wo eigentlich so viel mehr drin gewesen wäre. Na. Wusstest du das mit The Five und der ganzen Hintergrundgeschichte? Das ist so krass eigentlich, was du da alles machen kannst. Aber ja, gut. Ja, vor allem, weil die Leute das ja wollen und die kennen das ja dann so. Gerade die Crowd von Dynamite, die freuen sich ja dann. Ich finde aber, so ein Turnier ist eigentlich gut dafür geeignet, um solche Matches zu machen, die eigentlich undenkbar sind. Ja. Aber dann mach das nicht in der ersten Runde. Oder mach wirklich so einen offiziellen Draft oder so einen Draw. Dass du dann wirklich siehst, wie das ausgelost wird und dann die Reaktion dann auch von den beiden. Denn, oh scheiße, jetzt müssen wir gegeneinander. Oder eben, dass es sich ergibt, dass dann erst im Halbfinale dann diese Begegnung kommt, dass man da so spekulieren kann. Aber das ist einfach so wegzuwerfen. Und ich wusste das vor der Show nicht. Also wenn das irgendwo auf Social Media kam, ich hab's nicht mitgekriegt. Und jetzt machst du einfach Darby Allen gegen den Guerl. Da hab ich gedacht, what the fuck? Ja. Ist das Main Event jetzt halt. Jetzt ist das Main Event. Ja. Und dann fand das hier auch in einer ganz eigenen Sphäre statt. Darby Allen wurde ja bei Ort wirklich rausgeschrieben eigentlich. Mit einer wirklich brutalen Attacke vom Luchasaurus. Du erinnerst dich vielleicht. Der war ja nach drei Minuten blutig und war absolut am Ende. Christian hat den mit dem Stuhl zerlegt, den Nick Wayne mit dem Stuhl zerlegt. Und dann kommen die ja raus und wrestlen erst mal, als wäre gar nichts gewesen. Zwar beide getapet an Schultern und Rücken, aber trotzdem eigentlich ein Zeitpunkt, an dem das Match gar nicht so in die Geschichte der beiden passt. Ja, also völlig richtig, wenn du das machst und nicht alles drumherum aufgreifen willst, dann machst du es in einem Turnier, weil Tony Khan das ansetzt und ein Sadist ist. Aber warum dann drei Tage nach dem Pay-Per-View, bei dem beide komplett zerhäckselt worden sind, das passt halt für mich dann irgendwie nicht rein. Und dann gehen sie... Weil die doch... Weil die halt Bock drauf haben. Die möchten dieses Turnier haben. Die vergessen ihren Schmerz. Ein Satz noch, warum ich das auch nicht gut fand. Nick Wayne, ja, okay, schön und gut. Aber das ist ein Main-Event von Dynamite. Das soll doch noch irgendwas bedeuten. Darby Allen, ja, aber Nick Wayne in einem Main-Event, das fühlte sich jetzt auch nicht so mega groß an. Ja, ein World-Title-Turnier, was ich gestern festgelegt habe. Ja, mit glühender Tinte. Gibt den Handshake vorab und die waren wirklich auch ein bisschen die Haarspitzen motiviert. Ich hatte wirklich das Gefühl, die wollten für den Papa von Nick jetzt wirklich auch was richtig Geiles auf die Matte zaubern. Nicks quasi-Ziehvater Darby Allen steht ja hier mit ihm im Ring. Und Darby war so motiviert, dass er einen Topay nach zwei Minuten zeigt. Nicht mal. und ihn fängt diesmal keiner auf, sondern er wirklich verglüht in der Atmosphäre einfach in die Guarding-Rail rein und verschmilzt einfach mit der Guarding-Rail einfach so und klebt dann da im Boden drin. Und der Nick war richtig geschockt. Der war so, dem war gar nicht so ein Gewinn erst mal. Der kannte den Darby noch gar nicht so gut. Der weiß vielleicht, dass Darby sowas macht den ganzen Tag. Na, er wusste eigentlich genau, dass er das macht und der Darby leidet wieder. Das, was er am besten kann. Der ist kaputt. Der ist schmerzverzerrt und bringt den Nick aber trotzdem mit seinem Comeback ans Limit. Doppel-Cross-Body in der Ringmitte, bis sich Darby plötzlich das Mikrofon nimmt und dann meint Nick, ganz ehrlich, du kämpfst wie ein Kind. Jetzt schlamm ich doch mal wie ein erwachsener Mann, Junge. Und Darby nimmt seine Hände auf den Rücken, weil wir geschlagen werden. Und Nick Wayne deutet an, aber Super-Kick-Party. Er tritt dann nämlich zu. Und Nick Wayne nimmt dann eigentlich Maß und will das Match zu Ende bringen. Doch Christian Cage wird auf den Plan gerufen. Der kommt jetzt raus. Willkommen im TV, dachte ich mir, weil Nick Wayne guckt zum Referee. Aber ein Match läuft doch. Nein, du bist jetzt abgelenkt, weil es kommt jetzt ein Entrance. Du bist nun ein TV-Restler. Und dann setzt sich Christian mit dem Luchasaurus ans Pult und nach der Werbung gibt es die finalen Sequenzen in diesem Match. Beziehungsweise neben dem Ring. Da zeigt er Nick Wayne einen Frog-Splash nach draußen auf den Hallenboden. Wayne Suellt, sein Finisher, wird genosselt von den Kommentatoren. 1-2-Kick-Out von Darby. Leider der Finisher von Wayne nicht so wirklich prestigeträchtig präsentiert. Nächster Cutter vom Top-Rope gekontert. Darby sieht die Chance. Coffin-Drop auf den Rücken will er zeigen. Aber er zögert. Der macht's doch nicht. Das ist der Darby, der Nick gerade gesagt hat, sei keine Pussy. Der springt dann selber nicht. Und Nick Wayne nimmt den Last Supper. Damit hat Darby schon ganz viele Matches gewonnen. 1-2-Kick-Out. Wayne's World gekontert. Ein Roller Darby, Springboard, Crossbody, Crucifix, drei Nearfalls in wenigen Sekunden. Code Red vierter Nearfall innerhalb von wenigen Sekunden. Und dann gewinnt Darby mit einem neuen Submission-Hold. Das ist so eine, TJ könnte es noch besser erklären, das ist so eine Art, weiß nicht, Butterfly-Stretch mit eingearbeiteten Storms. Also du nimmst durch die Arme des Gegners hinter dessen Rücken, klemmst aber dabei seinen Kopf quasi nach vorne weg und trittst dann noch mit den Beinen drauf. Also das sah schon ordentlich aus. Und damit hat Darby das Match gewonnen. Ja, so heißt der Move. Ja, also da wird tatsächlich Tidem mal gut. Ich habe mir aufgeschrieben, Schultern verdrehen und Tritte auf den Kopf. Also so heißt der für mich. Der sah schon übel aus. Also erstmal zwischendurch Promo, war ganz interessant. Einfach so, schlag mich nochmal fester, da geht einfach das Training weiter. Das heißt, so wichtig kann dieses Turnier gar nicht sein, dass der Darby dann auch gewinnen will. Okay, mit dem Coffin Drop, jetzt kenne ich mich natürlich nicht gut genug aus. Bin ja noch nicht so lange bei Dynamite. Ist das nicht so eine Story-Geschichte mit dem Coffin Drop, dass der Darby das macht, weil er dann sterbt oder weil er sterben will oder weil sein Leben so kaputt ist, dass das irgendwas Trauriges ist, dass er diesen Coffin Drop in den Sarg macht und dass er dann sagt, ich mache den jetzt nicht an Nick Bain, das hat er nicht verdient, das passt sich nicht. Das kann sein. Schreibt das gerne in die Kommentare und klärt mich auf. Und ansonsten, der Finisher war dann wieder cool. Aber in dem Match, warum bringt er jetzt einen neuen Finisher dagegen seinen eigenen Schüler und nachdem er gerade gesagt hat, komm, wir müssen jetzt richtig kämpfen, will er den jetzt doch schlechter aussehen lassen oder will er den jetzt noch mehr verletzen? Weil du hast es ja gesagt, jetzt bei All Out, die wurden ja so zerfleischt und jetzt macht der Darby Allen auf einmal so einen krassen Finisher, wo der da die Schultern komplett auseinanderreißt. Habe ich nicht verstanden, aber Glückwunsch Darby Allen, du darfst jetzt gegen Roderick Strong antreten nächste Woche. Wer gewinnt das? Ja, Roderick Strong, weil das die Story ist. Hätte mich halt gefragt, hätte man nicht Darby gegen wen anders stellen können und sich das Match mit Nick Wayne aussparen können? Das war so meine erste Frage. Hangman! Und dann hättest du sogar ein Main Event gehabt. Ja, Hangman oder Takeshda oder, ja, wobei, Takeshda, der gescrewt wird von Omega. Also Omega und die Bucks haben wir heute zum Beispiel gar nicht gesehen. Die waren ja eigentlich... Die bereiten sich auf die Matches gegen Prinz Nana und 12 vor. Collision machen die vielleicht am Wochenende. Das Ding ist halt, ne, Darby hat gegen Luchasor das Haushoch verloren beim Pay-Per-Roll, wie ein 7-1 im Fußball. Und jetzt, ein paar Tage später, großes Comeback, dann spielt er doch Finale so ungefähr. Das ist halt so ein bisschen das, was nicht hundertprozentig passt. Aber trotzdem, all das war ja irgendwie ein Stück weit trotzdem fokussiert. Du hast am Anfang der Show hast du Christian Darby und Nick Wayne weitergeführt. Am Ende hast du es weitergeführt. Und wir wollen immer, dass Dinge nicht einfach passieren, sondern einen Fokus haben. Und hier hatten sie das. Und deswegen, das muss ich loben. Aber ich hätte in diesem Turnier tatsächlich jemanden wie ein Jay White, der ist auf einer Winning-Streak gerade, der hätte in dieses Turnier reingekommen. So wie du gerade gesagt hast. Takeshda gegen Jay White im Halbfinale. Stell dir mal sowas vor. Ja, von mir aus hättest du das Turnier auch ja größer machen können. Ja, dann sind eben nochmal irgendwie mehr drin. Du machst halt irgendwie auf der linken Seite drei Matches, auf der rechten Seite drei Matches. Dann gibt es ein Three-Way nächste Woche bei Dynamite und dann gibt es das Finale bei Collision. Das Problem ist halt, es ist alles, glaube ich, zu kurzfristig. Es sind nur zwei Wochen, die man jetzt insgesamt dafür hat. Aber mir fallen halt so relativ schnell ein paar mehr Varianten ein, wie man zumindest Darby gegen Nick Wayne sich hätte sparen können, ohne jetzt Angriffsfläche zu bieten, dass wir jetzt sagen, ja, drei Tage nach einem Pay-Per-View, wo die komplett zerstört sind, machen sie auf einmal das hier. Ja. Ja, es passt so vieles nicht, ne? Wenn du das Turnier, also es ist generell schon einfach faul, dass man dieses Turnier überhaupt macht. Aber das ist Tony Khan, Hocking. Das ist Tony Khan, der hat es jetzt gemacht. So, und dann hast du aber doch MJF als Mega-Champion. Das ist dein World-Champion. Das ist der, der wirklich alles rausreißt die letzte Zeit. Und dann machst du ein Turnier, wo dir eigentlich egal ist, welche Namen da drin sind. Also selbst, wenn du Leute pushen willst, wenn du sagst, Nick Wayne ist ein Mann für die Zukunft oder Trent Barretta, den möchte ich jetzt groß und stark machen, ist das nicht der richtige Spot, weil den haben sie sicher gar nicht verdient. Warum sollte ein Promoter die da jetzt dann reinwerfen? Du willst doch dieses Turnier möglichst groß machen. Dann würde ich lieber einen Chris Jericho sehen. Auch der hat eigentlich keine Bewandtnis und dann würden wir wahrscheinlich auch meckern und sagen, was will ein Chris Jericho da drin? Aber du hast einen Namen. Du kannst einen Hangman reintun. Ein Penta ist drin, okay, immerhin das. Du kannst dann einen Takeshter, was du gesagt hast, oder meinetwegen auch einen Danielson. Ich weiß nicht, warum das nicht gemacht wird, und dann machst du am Ende dann trotzdem den gleichen Sieger, wahrscheinlich Samoa Joe oder Roderick Strong, weil da ja die Story drin liegt. Das kann ja sein, ne? Aber davon von vornherein zu sagen, ja, Jay Liesel und hier und Nick Wayne und macht mal. Die haben das nur gemacht, damit er in der ersten Runde dieses Match stattgefunden hat. Ja, toll. Die Story allerdings in dem Match und das finde ich gut, Nick Wayne hat ja jetzt durchaus Gründe, zu Christian Cates zu wechseln. Er hat gesehen, wie krass die sind und er hat gleichzeitig gesehen, dass Dabi Allen jetzt vielleicht doch noch stärker ist, der ihn dann noch ein bisschen bevormunden will und am Ende dann doch fertig macht. Die Story wäre da, brauche ich doch kein World Title in einem Meta-Turnier. Das kann ich doch dann auch so einfach machen. Wir kommen zum Fazit zu dieser Show. Fallout from All Out. Mit, wie ich fand, einigen coolen Ansätzen. Swerve und Hangman fand ich sehr positiv. Joe und MJF fand ich positiv. Generell eine weitestgehend fokussierte Ausgabe. Also ich merke, die bereiten sich darauf vor, dass in den nächsten Wochen einiges passiert. Wir haben in zwei Wochen Arthur Ashe, wir haben in vier Wochen Wrestle Dream und in roundabout acht Wochen haben wir Full Gear. Also da ist jetzt schon, also muss jetzt auch mal. Ich meine gut, wir hatten jetzt zuletzt eine Stadionshow und ein Pay-Per-View. Da hat man es nicht so viel gemerkt. Aber hier finde ich, jetzt merkt man den Fokus. Das möchte ich auf jeden Fall, das möchte ich loben. Aber so ein paar Kleinigkeiten, finde ich, gibt es immer noch, wo man merkt, da ist Tony Khan einfach sehr eigen. Und ich glaube, wir zum Beispiel scheitern oft auch dran, das zu verstehen, weil wir sehr auch ein WWE-Denkmuster haben. Es gibt ja auch Menschen in unserer Community, die schreiben, ihr müsst euch vom WWE-Denkmuster lösen. Das alles irgendwie aufgebaut sein muss oder so. Es gibt einfach jede Woche Match-Cards, die führen zu anderen Match-Cards und ab und an gibt es mal Match-Cards am Sonntag, die im Pay-Per-View sind. Also es gibt Fans, die sagen, das ist der Ansatz und der ist anders. Das muss man akzeptieren. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ich finde, das ist sehr spannend zu diskutieren. Ich bleibe dabei. Ich finde, wenn du 52 Wochen episodisches TV-Produkt hast, wirst du die Leute dann eher nur halten, wenn du ihnen auch einen Grund gibst, einzuschalten. Und das geht am besten über Story-Investment. Ja, also das andere ist eine Roadshow. Das andere ist eine Indie-Roadshow, die gar nicht im TV übertragen wird, die einfach so ein bisschen durch die Staaten tourt und immer mal in die Stadt kommt. Die müssen nicht darauf achten, dass sie sich nicht wiederholen, weil es ist ja nicht im TV. Aber wenn es im TV ist, dann finde ich, muss es irgendwie mit einer Story und einem roten Faden auf einen Klimax hinarbeiten. Ach ja, das ist die alte Debatte, die werde ich jetzt nicht wieder aufwärmen. Es ist ja im TV genauso. Ich gucke mir, weil ich BVB-Fan bin, gucke ich mir die BVB-Matches an, weil ich interessiert bin und investiert bin da drin. Wenn jetzt ein tolles Match in England kommt, interessiert es mich persönlich nicht. Aber es gibt Leute, die gucken sich das gerne an. Andere gucken sich jedes Fußball-Match gerne an. Und wenn es zweite Liga in Polen ist, weil das spannend ist, weil das Fußball ist, weil man da eine andere Story kriegt, das ist beim Wrestling ganz genauso. Ich werde das jetzt nicht nur da ausdiskutieren. Aber wir sitzen ja hier, oder ich für meinen Teil kann sagen, ich bin halt nun mal WWE-Guy, einer, der von Storytelling kommt und der dann sieht, dass man es auch anders machen kann. Also mich, so einfach so ein Match alleine, das reizt mich nicht so sehr. Also klar, es gibt Ausnahmen immer wieder, aber vor allem nicht in der Masse. Und was du sagst, 52 Mal am Jahr, jede Woche will ich das nicht, kann ich das nicht und dann würde ich das auch mit dir hier nicht machen. Da hätte ich auch keine Lust zu. Deswegen freue ich mich, wenn da auch Dinge passieren, die drüber hinweggehen. Und da muss man einfach knallhart sagen, es kommt auch an, was Toni Kahn will. Du sagst Toni Kahn, zieht sein Stiefel durch, ist ja in Ordnung, kann er ja machen. Dann ist es halt eine Open Challenge, Emi Sakura gegen Tristet Lander. Okay, ist auch ein Titelmatch, kann man machen, ist in Ordnung. Dann gehst du aber von 81.000 in London auf 3.500 in Indianapolis runter. Das ist dann halt so. Und dann sind wir damit zufrieden und dann passt das auch. Diese Show, und dafür bin ich ja da, fand ich in Ordnung, würde ich sagen. Also es war jetzt nicht so das Mega-Highlight. Wir kommen jetzt aus zwei krassen Shows raus, da muss man auch mal sagen. Ein bisschen runterkommen, das kann man jetzt schon mal auch verstehen. Neue Sachen aufbauen, und alle Sachen weitermachen. Das hat schon ganz gut geklappt, finde ich. Man hat jetzt auch ein gutes Tempo, nächster Pay-Per-View ist jetzt gar nicht so lange her, du hast es gesagt, und danach geht es dann Frühgeer und so. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass man inzwischen noch geschaltet hat, dass wir jetzt nicht so ewig lange Fäden machen müssen. Auftrag haben wir gesagt, hat ganz gut gepasst. Eher Fox, das ist der Running Gag, meinetwegen. Mit Roderick Strong, finde ich interessant, wie sie das gemacht haben. Jerry Coons, die müssen die Gewahrer kriegen eine coole Story, warum denn nicht, lass die das machen. Mit Don Kellis, das Bild, das reizt mich jetzt, wie ich jetzt wissen, wer das ist nächste Woche. So kann man das machen. MJF sowieso immer gut, hat mich jetzt nicht so ganz gereizt, warum Semarajor das ist, okay, aber das Element war auch gut. Roderick Strong musste gewinnen, ja, brauchte ich nicht. Tony Storm, absolutes Highlight. Das ist aber auch jetzt nur so persönlich, weil ich das einfach, das ist genau mein Humorzentrum, da fliegt da der Schuh. Und Main Event, ja, du hast eine Story drin mit dem Nick Wayne und so. Hat vieles nicht gepasst, wir haben es gerade angesprochen, aber dann konnte man das so machen, der Turnierbaum geht weiter. Es geht auch relativ zügig. Es ist ja jetzt auch kein Turnier, was über Wochen und Monate geht oder wo dann direkt der Champion gekürt wird, deswegen kann man das auch verzeihen. Dann ist es jetzt halt ein bisschen kleiner. Wir gehen dann nach Grand Slam, gehen wir dann rein. Dann ist es MJF gegen einen von denen und für das Match, das wird dann schon passen. Deswegen, ich mecke da gar nicht zu früh. Ich bin für den Moment jetzt erstmal in Ordnung und nun fand das in Ordnung, diese Show. Aber mehr dann auch nicht, fand ich. Du kannst dir aber jetzt schon mal Gedanken machen für traumhafte Wortwitze in Richtung Wrestle Dream in vier Wochen. Da möchte ich, dass du wirklich in einer Review mal richtig was abreißt. Also da erwarte ich was von dir. Im Gegensatz zu sonst, ne? Da freue ich mich. Three dreams are made of days, zum Beispiel. Da freue ich mich drauf. Und ansonsten, glaube ich, hätten wir es für heute. Das war unsere AW Dynamite Review. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich fand, das war eine fokussierte, ordentliche Show. Ich habe schon schlechtere Dynamites in den letzten Wochen gesehen und bin gespannt, wie es dann nächste Woche weitergeht. Es gibt auf jeden Fall ein paar Punkte, die ich sehen möchte und wir werden wieder für euch da sein. Wir werden das Ganze besprechen. Ich verweise nochmal zum Ende sehr gern also auf den neuen Merchandise. Also ich habe gerade parallel, während wir gepodcastet haben, was die Leute schon wieder bestellt haben. Also grüne TJ-T-Shirts. Es ist wirklich ganz, ganz spannend zu sehen, was... Auch mal hier ein T-Shirt. Und es ist Weber-Shirt. Ja. Also dann schick mir bitte, dann das können wir machen. Dann machen wir bei dir ein MW und dann kriegt der Herr Weber ein Shirt. Dann machen wir ein Marcel-Weber-Shirt. Und du wirst auch an den Einnahmen beteiligt. Das heißt, wenn das viele Leute kaufen, kriegst du vier. Oh, wo, was, wie? Einnahmen. Einnahmen ist gut. Kommentar. Ihr könnt mir auch schreiben, mail-mal-at-mail.de. Ich bin investiert auf einmal in dieses Produkt. Mach dir mal Sale-Design. Die Community. Mach dir mal Sale-Design. Schick dir das hin. Wenn das ausreichend viel Quatsch und Scheiße ist, dann nehme ich das und dann wird das ein T-Shirt. Und dann verkaufen wir das. Und ich werde euch nicht beteiligen. Ich werde meinen Anteil nehmen und werde dafür zu Bubble gehen. Und dann werde ich Schwitzer durchschleppen. Und mehr habe ich auch nicht zu sagen. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich wollte dir eigentlich die Schlussworte geben, aber kann ich jetzt... Das waren sie. Das waren sie. Naja, dann verbleibe ich einfach nur mit GW. Genieß Wrestling. Den guckt mal in den Merch-Shop rein. Also auch, ihr müsst nichts kaufen oder so, aber mich interessiert einfach das Feedback. Wie findet ihr die Designs? Schreibt uns das sehr gerne. Und ja, wie gesagt, wir können Community-Design machen. Dann hat der Marcel bald von euch da ein schönes Shirt drin. Das ist doch meine Sache. Ja. Tolle Katze. So. Ja. Watch out the shoe. Watch out the shoe. Ladies and Gentlemen, es war ein Traum. Jetzt war mir ein Fest mit euch. Eine innere Bundesgartenschau. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.